Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. In dem heutigen Hörbuch gibt es 15 Märchen für kleine und große Zuhörer. Die Geschichten sind ziemlich hilfreich beim Einschlafen und Entspannen, aber ich habe schon gelesen, dass sie auch gut geeignet sind, um die Hausarbeit ein wenig unterhaltsamer zu gestalten. Bei welcher Tätigkeit auch immer du dieses Hörbuch hörst, ich hoffe, es erfüllt seinen Zweck. Und wenn du kein Märchen mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die Waldfrau von Josef Wenzig Lieschen war noch ein ganz junges Mädchen. Ihre Mutter war eine Witwe und besaß nicht mehr als eine armselige Hütte und zwei Ziegen. Aber Lieschen war doch immer frohen Mutes. Vom Frühling bis zum Herbst weidete sie die Ziegen beim Birkenwald. Wenn sie aus dem Hause ging, steckte ihr die Mutter ein Stück Brot in die Tragtasche und dazu eine Spinde, indem sie ihr befahl, sei sein fleißig. Weil sie keinen Spinnrocken hatte, schlang sie ihr den Flachs um den Kopf. Lieschen nahm die Tasche und hüpfte fröhlich singend hinter den Ziegen zum Birkenwald. Wenn sie hinkamen, gingen die Ziegen weiden. Lieschen setzte sich unter einen Baum, zog mit der linken die Fäden vom Kopfe, der ihr als Spinnrocken diente, und mit der rechten drehte sie die Spindel, dass diese lustig an dem Boden hinschnurrte. Dabei sang sie, dass der Wald erscholl. Stand die Sonne im Mittag, so legte sie die Spindel beiseite, rief die Ziegen, gab ihnen vom Brote, damit sie ihr nicht wegliefen, und hüpfte in den Wald, um Erdbeeren oder anderes Obst zu suchen, wie es eben an der Zeit war, um ein Gericht zum Brote zu haben. Hatte sie gegessen, so tanzte sie, indem sie die Hände übereinander legte. Die Sonne lachte dann durch die grünen Bäume nieder, und die Ziegen machten sich's im Grase bequem und dachten, »Wir haben eine fröhliche Hirtin!« Nach dem Tanze spann sie wieder fleißig, und wenn sie abends nach Hause kam, brauchte die Mutter niemals zu schelten, dass die Spindel nicht voll sei. Einst, als sie ihrer Gewohnheit gemäß eben zur Mittagszeit sich nach dem einfachen Male zum Tanzen anschickte, stand plötzlich eine wunderschöne Frau vor ihr. Sie hatte ein weißes Gewand, dünn wie ein Spinnengeweber. Von dem Haupte bis zum Gürtel flossen ihre goldenen Haare herab, und auf dem Haupte trug sie einen Kranz von Waldblumen. Lieschen erschrak. Die Frau lächelte sie an und sprach mit lieblicher Stimme zu ihr, »Lieschen, tanzest du gern?« Als die Frau so freundlich zu ihr sprach, wich Lieschen schrecken, und sie erwiderte, »Ich möchte den ganzen Tag tanzen.« »Komm denn, tanzen wir miteinander, ich will dich's lehren,« sprach die Frau, schürzte das Gewand, fasste Lieschen und begann mit ihr zu tanzen. Als sie sich im Kreise zu drehen anfing, ließ sich über ihnen eine so süße Musik hören, dass Lieschens Herz in Wonne schmolz. Die Spielleute saßen auf den Zweigen der Birken in schwarzen, aschgrauen, braunen und bunten Rückchen. Es war ein Chor von auserlesenen Spielleuten, der sich auf den Wink der schönen Frau versammelt hatte. Nachtigallen, Lärchen, Finken, Stieglitze, Grünlinge, Drosseln, Amseln und die kunstreiche Grasmücke. Lieschens Wangen glühten, ihre Augen strahlten. Sie vergaß ihre Aufgabe und ihre Ziegen und schaute nur auf ihre Gefährtin, die sich vor ihr, um sie, in den reizendsten Bewegungen drehte und so leicht, dass sich das Gras unter ihren zarten Füßen gar nicht beugte. Sie tanzten vom Mittag bis zum Abend. Lieschens Füße ermüdeten nicht und taten ihr nicht weh. Da hielt die schöne Frau inner, die Musik schwieg. Und wie die Frau gekommen, so verschwand sie. Lieschen blickte um sich, die Sonne neigte sich hinter den Wald, und Lieschen schlug die Hände über dem Kopf zusammen, und indem sie an den ungesponnenen Flachs griff, gedachte sie der Spindel, die auf dem Boden lag und nicht voll war. Sie nahm den Flachs vom Kopfe, steckte ihn samt der Spindel in die Tasche, rief die Ziegen und trieb sie nach Hause. Sie sang auf dem Wege nicht, sondern machte sich bittere Vorwürfe, dass sie sich von der schönen Frau hatte berücken lassen, und nahm sich vor, wenn die Frau wieder zu ihr käme, ihr nicht mehr zu folgen. Die Ziegen, die keinen fröhlichen Gesang hinter sich hörten, sahen sich um, ob ihre Herren wirklich nachschreite. Auch die Mutter wunderte sich und fragte die Tochter, ob sie krank sei, da sie nicht singe. Nein, Mütterchen, ich bin nicht krank. Der Hals ist mir vom Singen trocken geworden, darum singe ich nicht. Entschuldigte sich Lieschen und ging, die Spindel und den ungesponnenen Flachs zu bewahren. Sie wusste, dass die Mutter das Garn nicht so gleich aufweise und wollte am folgenden Tage einbringen, was sie an dem einen versäumt hatte, und darum erwähnte sie gegen die Mutter nicht das Mindeste von der schönen Frau. Des anderen Tags trieb Lieschen die Ziegen wie gewöhnlich zum Birkenwald. Die Ziegen begannen zu weiden, und sie setzte sich unter einen Baum und begann fleißig zu spinnen und zu singen, denn beim Singen geht die Arbeit besser vonstatten. Die Sonne stand im Mittag. Lieschen gab den Ziegen vom Brote, hüpfte fort, um Erdbeeren im Walde zu suchen, und dann begann sie zu Mittag zu schmausen und mit den Ziegen zu sprechen. Ach, meine Ziegen, heute darf ich nicht tanzen, seufzte sie, als sie nach dem Male die Brosammen im Schoße zusammenscharrte und auf einen Stein legte, damit sie die Vögel für sich davontrügen. Und warum dürftest du nicht? ließ sich eine liebliche Stimme hören, und die schöne Frau stand vor ihr, als wäre sie aus den Wolken gefallen. Lieschen erschrak noch mehr als das erste Mal und drückte die Augen zu, um die Frau gar nicht zu sehen. Als aber die Frau die Frage wiederholte, antwortete sie schüchtern, Ach, verzeiht, schöne Frau, ich kann nicht mit euch tanzen, ich würde meine Aufgabe nicht spinnen und die Mutter würde mich schelten. Ehe heut die Sonne untergeht, muss ich einbringen, was sich gestern versäumt. Komm nur tanzen, ehe die Sonne untergeht, wird dir Hilfe, sprach die Frau, schürzte das Gewand und fasste Lieschen. Die Spielleute auf den Birken fingen an zu musizieren und die Tänzerinnen drehten sich im Kreise. Und die schöne Frau tanzte noch reizender, Lieschen konnte die Augen nicht von ihr wenden und vergaß der Ziegen und ihre Aufgabe. Jetzt hielt sie inne, die Musik schwieg, die Sonne ging unter. Lieschen schlug die Hände über dem Kopf zusammen, um den der ungesponnene Flachs geschlungen war und brach in Tränen aus. Die schöne Frau langte nach ihrem Kopfer, nahm den Flachs herab, schlang ihn um einen Birkenstamm, ergriff die Spindel und begann zu spinnen. Die Spindel schnurrte an dem Boden hin und ward sichtlich voller und, eh die Sonne hinter dem Walde niedersank, war aller Flachs gesponnen, auch der vom vorigen Tage. Indem sie dem Mädchen die volle Spindel reichte, sprach die schöne Frau, »Weif auf und murre nicht, denk meiner Worte, weif auf und murre nicht!« Hierauf verschwand sie, als hätte sie die Erde verschlungen. Lieschen war zufrieden und dachte unterwegs bei sich, »Wenn sie so gut ist, will ich wieder mit ihr tanzen, sobald sie kommt!« Sie sang wieder, damit die Ziegen munter vorwärts schritten. Die Mutter aber empfing sie verdrießlich. Sie hatte während des Tages das Garn ausweifen wollen und gefunden, dass die eine Spindel nicht voll geworden, und darum war sie verdrießlich. »Was tatest du, Tochter, dass du gestern nicht deine ganze Aufgabe spannst?« sagte sie tadelnd. »Verzeiht, Mutter, ich tanzte ein wenig!« Er widerte Lieschen demütig und indem sie der Mutter die Spindel zeigte, setzte sie hinzu, »Heut ist sie dafür übervoll!« Die Mutter schwieg, ging die Ziegen melken, und Lieschen legte die Spindel an ihren Ort. Sie wollte der Mutter ihr Abenteuer erzählen, allein sie dachte, »Nein, bis die Frau noch einmal kommt, will ich sie fragen, wer sie ist, und dann sag ich's der Mutter!« So dachte sie und schwieg. Des dritten Morgens trieb sie die Ziegen wie gewöhnlich zum Birkenwald. Die Ziegen begannen zu weiden, und Lieschen unter einem Baume sitzend zu singen und zu spinnen. Die Sonne stand im Mittag. Lieschen legte die Spindel ins Gras, gab den Ziegen vom Brote, suchte keine Erdbeeren, und indem sie die Brosamen den Vöglein hinwarf, sagte sie, »Liebe Ziegen, heut will ich euch eins vortanzen!« Sie hüpfte, legte die Hände übereinander, und schon wollte sie versuchen, ob sie auch so reizend tanzen könne als die schöne Frau. Da stand diese vor ihr. »Lass uns miteinander tanzen!« sprach sie lächelnd zu Lieschen und umfasste sie. Augenblicklich erklang die Musik über ihren Häuptern, und die Tänzerinnen drehten sich in leichtem Fluge. Lieschen vergaß die Spindel und die Ziegen, sah nichts als die schöne Frau, deren Leib sich wie ein Weidenzweig nach allen Seiten bog, und hörte nichts als die liebliche Musik, nach deren Klängen ihre Füße von selbst sprangen. Sie tanzte vom Mittag bis zum Abend. Jetzt hielt die Frau inne, und die Musik schwieg. Lieschen blickte um sich. Die Sonne war hinter dem Walde. Weinen schlug sie die Hände über dem Kopfe zusammen, und indem sie sich zur Spindel wandte, die nicht voll war, wehklagte sie, was die Mutter sagen würde. »Gib mir deine Tasche! Ich will dir ersetzen, was du heute versäumt!« sprach die schöne Frau. Lieschen gab ihr die Tasche, und die Frau ward auf einige Augenblicke unsichtbar. Dann aber reichte sie ihr die Tasche mit den Worten »Da!« »Zu Hause sie hinein!« und verschwand, als hätte sie der Wind davon geweht. Lieschen fürchtete, sich in die Tasche zu sehen. Allein auf der Hälfte des Weges ließ es ihr doch keine Ruhe. Die Tasche war so leicht, als ob nichts in ihr wäre. Sie musste hineinsehen, ob sie die Frau nicht getäuscht. Wie erschrak sie, als sie sah, die Tasche sei voll Birkenlaub. Da brach sie erst in Tränen aus und machte sich Vorwürfe, dass sie so leichtgläubig gewesen. In ihrer Aufwallung warf sie die Blätter mit beiden Händen heraus und wollte die Tasche umstürzen. Dann aber dachte sie, »Ich will das Übrige den Ziegen unterstreuen« und ließ einiges Laub darin. Sie fürchtete sich, nach Hause zu gehen. Die Ziegen konnten ihre Herren wieder nicht erkennen. Die Mutter harte, bekümmert auf der Schwelle. »Um Gottes Willen, was für eine Spindelgarn brachtest du gestern nach Hause?« waren die ersten Worte der Mutter. »Warum denn?« fragte Lieschen ängstlich. »Als du morgens fortgegangen, begann ich auszuweifen. Ich weife auf, weife auf, die Spindel ist beständig voll. Eine Strähne, zwei, drei Strähnen, die Spindel voll. Welcher böse Geist hat das gesponnen?« rufe ich erzürnt, »und in dem Augenblick ist das Garn von der Spindel fort, als wär es weggeblasen. Sag mir, was das ist.« Da gestand Lieschen und begann von der schönen Frau zu erzählen. »Das war eine Waldfrau!« rief die Mutter entsetzt. »Um Mittag und Mitternacht treiben sie ihr Wesen. Ein Glück, dass du kein Knabe bist, sonst würdest du nicht lebendig aus ihren Armen entkommen sein. Sie hätte so lange mit dir getanzt, als ein Atemzug in dir gewesen wäre, oder sie hätte dich zu Tode gekitzelt. Doch mit Mädchen haben sie Erbarmen. Ja, beschenken sie oft reich. Hättest du mir etwas gesagt, so würde ich nicht gemurrt haben und hätte jetzt die ganze Stube voll Garn.« Da dachte Lieschen der Tasche und ihr fiel bei, es könnte doch vielleicht etwas unter dem Laube sein. Sie nimmt die Spindel von oben weg und den ungesponnenen Flax und blickt in die Tasche, blickt noch einmal hinein und schreit. »Seht, Mutter, seht!« Die Mutter blickt hinein und schlägt die Hände über dem Kopfe zusammen. Die Birkenblätter hatten sich in Gold verwandelt. »Sie befahl mir, erst zu Hause hineinzublicken. Ich gehorchte nicht.« »Ein Glück, dass du nicht die ganze Tasche ausgeleert!« meinte die Mutter. Des Morgens ging sie selbst, um an der Stelle nachzusehen, wo Lieschen das Laub mit beiden Händen weggeworfen. Allein auf dem Wege lag nur frisches Birkenlaub. Doch der Reichtum, den Lieschen nach Hause gebracht, war ohnehin groß genug. Die Mutter kaufte eine Wirtschaft. Sie hatten viel Vieh. Lieschen ging in schöner Kleidung. Sie musste nicht mehr Ziegen weiden. Allein wie reiche und froh und glücklich sie war. Nichts machte ihr so viel Vergnügen als der Tanz mit der Waldfrau. Noch oftmals ging sie in den Birkenwald. Es lockte sie hin. Sie wünschte sich, die schöne Frau noch einmal zu sehen. Allein sie erblickte sie nimmer wieder. Das irdische Paradies Vor langer Zeit lebten einmal drei Gesellen. Der Lange Veit, das Dickerle und der Klughansel. Die gingen miteinander auf Wanderschaft in die weite Welt hinaus. Sieben Jahre waren sie nun schon unterwegs und hatten viele fremde Länder mit ihren Seltsamkeiten und Wundern gesehen. Am meisten erstaunt waren sie aber, als sie eines Tages plötzlich vor einem mächtigen, steilen Berg standen. Was für ein Land mag wohl auf der anderen Seite des Berges liegen, sagte der Lange Veit. Wir wollen die Leute fragen, die in der Nähe wohnen. Die werden's bestimmt wissen, sagte Klughansel. Ja, frag doch mal die Leute, meinte auch das Dickerle, das nicht bloß bei Marschieren, sondern auch mit seinen Gedanken immer hintendrein kam. Es dauerte gar nicht lange, bis sie einigen Männern begegneten. Der Erste, den sie anhielten und nach dem Land hinter dem Hohen Berge fragten, wusste nichts darüber, schüttelte den Kopf und tappte weiter. Der Zweite legte bloß den Zeigefinger über den Mund und schlüpfte um die nächste Ecke. Das muss schon was ganz Besonderes sein, Gesellen, meinte Klughansel. Hinter dem Berg liegt das Paradies. Ihr mögt mir's glauben oder nicht? Ja, das glauben wir auch, sagten die beiden anderen. Weil sie nun aber schon so viel Herrliches und Verlockendes vom Paradies hatten erzählen hören, wollten alle drei es auch einmal mit ihren eigenen Augen sehen. Nun ging dies aber nicht anders, als dass zwei unten blieben und schoben und so dem Dritten nach Kräften auf den steilen Berg halfen. Weil der Klughansel es gewesen war, der hinterm Berg das Paradies vermutete, sollte er auch als Erster hineinsehen dürfen. Endlich war er oben und die beiden Kameraden riefen ihm zu, er solle erzählen, was er alles sehe. Doch er lächelte nur herab und ging rasch über den Berg. Dann machte sich der lange Veit an den Aufstieg. Er musste aber dem Dickerle für seine Hilfe hoch und heilig versprechen, dass er ihm sagen werde, was es drüben im Paradies alles zu sehen gäbe. Der versprach's. Als er aber oben angelangt war, machte er es wie der Klughansel. Er lächelte nur herab und verschwand hinter dem Berger. Inzwischen war eine Menge Leute aus den Dörfern herzugeströmt und hatte dem Treiben voller Neugier und Spannung zugesehen. Und weil der Hansel und der Veit so sonderbar herabgelächelt hatten und so rasch hinter dem Berg verschwunden waren, glaubten alle, dass jenseits wirklich etwas Wunderbares, ja nichts anderes als das Paradies liegen müsse. Darüber wollten sie nun Gewissheit haben. So helft mir auf den Berg, sagte das Dickerle. Ich werde euch bei meiner ehrlichen Gesellenseele, sobald ich droben bin, Rede und Antwort stehen, so gut es vermag. Da halfen sie ihm alle auf den Berg, banden ihm aber, ohne dass er es merkte, ein Seil an den Fuß, damit sie ihn sogleich herabziehen könnten, falls auch er sein Wort nicht halten und hinterm Berg verschwinden wollte. Das Dickerle kraxelte und prustete mehr als drei Stunden an dem steilen Felshang hinauf. Endlich aber war es droben. Kaum hatte es einen Blick ins Jenseits getan, fing es an zu lächeln und wollte ins Paradies hinüberspringen. Die Drohnten aber zogen ihn an dem Seil gerade noch rechtzeitig vom Berg herab. Alle stürmten nun auf ihn ein und wollten wissen, was Schönes er geschaut und wie es im Paradies drüben aussehe. Der arme Geselle öffnete den Mund und versuchte zu reden. Aber er war plötzlich stumm geworden. So erfuhren die neugierigen Menschen, wie schlau sie es auch angestellt hatten, doch nichts vom Paradies und haben auch bis auf den heutigen Tag kein Sterbenswörtchen darüber erfahren. Die Geschichte von Fasshand und Lasshand von Hilda Bergmann Im Tale zwischen den grünen Waldbergen lag das graue Städtlein mit Giebeln und Stadtmauer, mit Kirche und hohem Turm. Am Stadttore hatte der Fassbindermeister sein Haus mit geräumigem Hof und luftiger Werkstatt und da gab es den ganzen Tag ein gar lustiges Hämmern, wenn er die weißen Bottiche zimmerte und die großen Fässer mit Reifen umwand. In der Stube oben saß indessen die Meisterin und hatte zwei Büblein in der Wiege, die in der alten Stadtkirche auf die Namen Peter und Paul getauft waren. Aber niemand nannte die Zwillinge bei diesen Namen. Fasshand nannte die Meisterin den Größeren, braunäugigen und rotbackigen Bruder, der mit beiden festen Fäustchen nach allen Dingen griff, die in seine Nähe kamen. War es ein Spielzeug oder ein gelbes Äpflein oder gar der lange Bart des Vaters? Das Brüderchen, aber das zumeist still in dem Bettchen saß und mit großen blauen Augen nach einer Fliege oder einem Schmetterling sah und dem eine bunte Blume der lieblichste Anblick war, wurde nur Lasshand genannt, denn es ließ sich sanft und geduldig alles aus den Händen nehmen, was der größere Bruder verlangte, die Schelle und den Ball und sogar seinen liebsten Gefährten, den braunen Bären. Das ist gar kein richtiger Junge, zürnte der Vater, wenn er das sah und ließ den lustig kreischenden Fasshand auf seinem Knie reiten. Die Mutter aber nahm das stille Bübchen aus der Wiege, trug es im Garten von Blümlein zu Blümlein und sang Alle Blumensterne hat mein Büblein gerne, alle Vögellieder hört im Schlaf es wieder, jedes grüne Bäumlein sendet ihm ein Träumlein, von des Himmels stufen, hört's die Engel rufen. Dann sah der kleine Lasshand in die blaue Luft und nach den weißen Wolkenschifflein und darüber ließ er alles aus den Händen fallen, was er eben darin hatte. Aus dem wird nichts, sagte der Vater Fassbindermeister dann unwillig. Aus dem wird etwas ganz Besonderes, widersprach die Mutter und küsste den Kleinen. So wuchsen die Buben heran und kamen zur Schule. In der freien Zeit aber spielten sie im Hof und Garten mit den Nachbarskindern. Dann war der wilde Fasshand Räuberhauptmann und schwarzer Mann und führte mit viel Geschrei und Kraft die Schar der Kameraden an, die ihm gehorchen musste. Lasshand aber saß indessen mit der braunzopfigen Nachbarsgräte unter dem Apfelbaum und erzählte ihr von Riesen und Zwergen, von Drachen und tapferen Rittern und wie sie beide später, wenn sie groß wären, in die weite Welt gehen wollten, um das Wunder zu suchen. Als aber die Jahre vergangen und die Eltern gestorben waren, da saß Bruder Fasshand als stattlicher und gewichtiger Fassbindermeister auf dem väterlichen Grunde, hatte Haus und Hof, Werkstatt und Garten an sich gebracht und die braunzopfige Nachbarsgräte gefreit, in des Lasshand nichts in den immer leeren Händen behalten hatte, als ein Bild seines Mütterleins und den Tauftaler, den seine Patin ihm als Taufgeschenk in ein Tüchlein gebunden hatte. An einem schönen, sonnigen Frühlingsmorgen aber hatte Fasshand den Bruder zur Haustür geführt und ihm gesagt, du guck in die Luft, mit deinen ewig leeren Händen bist du keine Arbeit zu gebrauchen und wirst es im Leben zu nichts Rechtem bringen. Ich kann dich nicht ernähren. Geh in die weite Welt und sieh zu, ob dort nicht etwas aus dir wird. Bei mir ist kein Platz mehr für dich. Da wandte sich Lasshand traurig aus dem Hause, in dem er geboren und aus dem Städlein, in dem er aufgewachsen war, sagte der alten Linde am Tore und dem singenden Plätscherbrunnen auf dem Magde lieber wohl, verabschiedete sich noch vom Grabe der Eltern auf dem Kirchhofe und ging dann mit langsamen Weltstraße hinaus. Hier lachte den Verstoßenen die Sonne freundlich an. Die Wiesen leuchteten im Morgentau ihm entgegen. Die weißen Wolken nickten ihm zu, aber ihm war weh und traurig zumute und aus seinen blauen Augen kollerten die Tränen herab und liefen in den Staub der Straße. Da tönte von einer Wegbiegung her ein gar jämmerliches Ächzen an sein Ohr und als er raschen Schrittes näher kam, sah er ein verschrumpftes altes Weiblein, das unter einer hochgetürmten Reisiglast zu Boden gefallen war und sich nicht erheben konnte. Bin so alt und krank, klagte es als Lasshand ihm wieder auf die Füße geholfen und es vom Staube gereinigt hatte. Kann nicht einmal mehr das Reisig zur Stadt schleppen? Was soll ich nun beginnen? Was tut's, ob ich den Patenthaler besitze oder nicht? dachte Lasshand bei sich und sein weiches Herz war voll Mitleid mit der gebrechlichen Alten. Ich will ihn dem armen Mütterchen schenken. Er holte ihn aus dem Beutlein und legte ihn in die bittend aufgehobene Hand. Sollst ein Gegengeschenk haben, mein Söhnchen, er widerte unter vielen Segens sprüchen und will dir ein Schleierlein wegtun von Auge und Ohr, auf das du die Welt in anderen Farben siehst und auf das du mehr hörst als andere Leute vernehmen. Wirst noch an mich denken und mir dankbar sein, mein Söhnchen. Damit erhob sich das Weiblein, machte seltsame Gebärden um des erstaunten Lasshand Haupt, so als wickle sie es aus feinsten Spinnenfäden, dann humpelte es davon. Mittlerweile war die Sonne am Himmel höher gestiegen und sie musste eine besondere Kraft haben an diesem gesegneten Morgen, denn Lasshand schien es als blaue der Himmel tiefer als sonst, als leuchteten die Blumen in bunteren Farben und als sei ein Glanz und Glorie über allen Dingen, wie sie sein Auge nie vor dem gemerkt hatte. Die Mücken brummte vergnüglich durch die Luft und Lasshand wollte seinen eigenen Ohren nicht trauen, denn mit einem Male unterschied er verschiedene Stimmen, ja, er vernahm Worte und Melodien, von denen er bislang keine Ahnung gehabt hatte. Und das Schönste war, er verstand, was die Grashalme einander ins Ohr wisperten, was die Tannenwipfel rauschten und die Lämmerwölkchen miteinander sprachen, während sie über den Himmel flogen. Selbst die feine Musik der tanzenden Sonnenstrahlen war ihm offenbar geworden, und Lasshand fühlte sich nicht mehr einsam und verstoßen, sondern als Bruder von Pflanzen und Getier, Wolke und Wind. Mit offenen Armen und Freude im Herzen schritt er durch die blühenden Wiesen, durch Federnelken und Vergissmeinicht und kam endlich zu einem tiefen, tiefen Wald. An stand ein großer Schirmpilz und darunter saßen drei Wichtelmännchen und sie mussten einander gerade eine lustige Geschichte erzählt haben, denn sie lachten aus Herzens Grund. Darf man ein wenig mit lachen? sagte Lasshand und trat näher. Ja, wer bist du denn? fragten die Wichtelmännchen ganz erstaunt. Für deines gleichen sind wir doch unsichtbar. Da erzählte Lasshand von seinem Leben, Namen, von dem hartherzigen Bruder und dem alten Weiblein, dem er sein letztes Gut, den Patenthaler gegeben und dafür die Gabe eingetauscht habe, Dinge zu sehen und zu hören, die die anderen Leute nicht bemerkten. Das war das Wurzelweiblein, sagten die Wichtelmännchen und stießen einander an. Du musst in besonderer Gunst bei den Unsichtbaren stehen, dass dir das Geschenk zuteil das seligste Geschöpf, er tauscht mit keinem Könige und Kaiser. Was denkst du nun zu beginnen? fragte jetzt das älteste Wichtelmännchen, das mit seinem roten Näslein und runden Bäuchlein nicht nach einem Kostverächter aussah. Gehst du deine Stadt zurück oder an die weite Welt hinaus, um das Wunder deiner verwandelten Augen zu erproben? Nein, sagte Lassant. Hier ist es die Glockenblumen läuten mir lieblich zu. Die Waldtauben rufen Guru Guru hier findest du Ruh. Ich will hier bleiben und bei Blumen und Tieren wohnen. Dann wollen wir dir unsere Gastgeschenke machen, sagten die Wichtelleute. Du ess gern, beginne. Mit einer Verbeugung stellte sich das wohlgenährte Wichtelmännchen vor Lassant hin und hub an. Für Trank und Speise auf seine Weise. An jedem Morgen lass es gern sorgen. Es klatschte in die Hände, eine Kräscher rauschte heran. Jede Krähe trug etwas im Schnabel und legte es vor Lassant ins Gras. Da waren Brezeln und Kuchen, Semmeln und Wecken, Würstchen und Brote, alles klein und zierlich, aber für den bescheidenen Lassant ausreichend. Inzwischen trat sprach sein Sprüchlein. Ein Häuslein zum Wohnen, ein Sesslein zum Thronen, ein Bettlein zur Ruhe, den Tisch und die Truhe, wird gerne bis morgen dir Lachgern besorgen. Dabei steckte Lachgern zwei Finger in den Mund und stieß einen hellen scharfen Pfiff aus, worauf eine Schar Wichtelleute aus dem Wald gelaufen kam mit Zimmermannsgerät und Tischlerwerkzeug. Und dann fing ein Hämmern und Sägen, Zimmern und Bauen an, Bäume wurden gefällt, Flöcke eingeschlagen und ehe der Tag um war, stand ein Häuschen da, wie das eines Klausners, aus Stämmen und Rinde mit Tisch und Bank Bett und Truhe wie es Lachgern versprochen hatte und war gar freundlich und Schmuck anzuschauen. Da kam aber auch schon das dritte Wichtelmännchen mit feierlicher Miene auf Lassan zu. Es trug ein großes Buch mit weißen leeren Blättern Tintenfass und Gänsekiel herbei und sagte sein Sprüchlein Die Speisen am Morgen will Essgern besorgen Haus, Bettlein und Schränke sind Lachgerns Geschenke Allein was ich bringe ist mehr als die Dinge Welt sollst du und Leben Nachschaffen verweben Und als der erstaunte Lassan ihn groß ansah fügte der Wichtelmann hinzu Dieses Buch sei dein Gefährte und Freund Ihm vertraue deine Lust und dein Leid Ihm erzähle was dir der Wald tönt was die Dämmerung spinnt was die Nacht singt was die Blumen flüstern und du wirst glücklich sein wenn du also tust So blieb Lassan im Walde und war glücklich Sonne und Mond Tiere und Pflanzen waren ihm Umgang und Gefährten Von jedem lernte er Mit allen war er gut Freund und in sein großes Buch schrieb er all das Wunderbare ein was er im tiefen Wald erlebte Da geschah's eines Tages dass der Friede des Waldes und der Waldwiese wo Lassans Hüttlein stand durch raue Töne und Wüsten Lärm unheilvoll gestört wurde Von allen Seiten Pfiff und knallte es Tönte Hörnerschall und Hundegebell und von allen Seiten stürzte erschrecktes Wild herbei und eilte weiter in die Tiefen des Waldes Jetzt knackte das Unterholz Ein schöner Rehbock aus einer Halswunde blutend kam auf die Lichtung und suchte Zuflucht in Lassans Haus Als Kitzlein hatte Lassan das Tierchen bei sich gehabt und gepflegt zurück Ihm folgte ein stattlicher Jäger mit Wurfspieß und Hifthorn Friede sei mit euch grüßte er den verwunderten Lassan den er für einen Klaus nah hielt Auch mit euch wenn ihr den Waldfrieden nicht länger stört entgegnete dieser gönnt meinen armen Tieren Leben und Ruhe dann sollt ihr willkommen sein Da legte der Jäger die Waffe von sich und hielt Rast vor Hier steht so manches drinnen was ich unseren stummen Brüdern den Tieren in meiner Einsamkeit abgelauscht habe sagte Lassan lächelnd und wies auf das Buch Kenntet ihr sie so wie ich ihr würdet sie nicht mehr mit Sperrwurf und Pfeilschuss verletzen Der Jäger griff nach dem Buche das vollgeschrieben auf dem Tische lag blätterte darin las darin und konnte kein Ende finden Endlich rief er Ihr seid ein Dichter lieber Freund Einer zu dem die verborgenen Seelen der Dinge sprechen die niemand sonst versteht Gebt mir das Buch Ich will es halten wie meinen kostbarsten Schatz Ich will es drucken lassen zur Freude aller Menschen die es lesen Die besten Maler meines Landes sollen es mit bunten Bildern schmücken und keinem Hause soll es fehlen so Lassand der Haus und Hof und den letzten Thaler ohne Herzleid hingegeben hatte sonderlich schwer ums Herz Tränen traten in seine Augen Er drückte das Buch an sich und sagte Dies ist mein einziger Besitz Herr von dem kann ich mich nicht trennen In ihm wohnen meine sonnigen Tage meine stern hellen Nächte und meine geheimsten Gedanken Nie wieder könnte ich es schreiben und es ist mir teurer als mein Leben verlange dafür was du willst drängte der Fürst wünschest du dir ein stolzes Haus in meiner Hauptstadt willst du einen Meierhof mit Pferden und Rindern ich erfülle dir jeden Wunsch traurig schüttelte Lassand den Kopf seine Blicke gingen über die stille Waldwiese hin auf der er so glücklich gewesen war da er blickte er den Zwerg träum gern der ihm winkte und lebhaft Zeichen machte an seiner Seite gib das Buch flüsterte er nur Lassand vernehmlich du bekamst das Geschenk des Wurzel Weibleins nicht für dich allein alle deine Brüder sollen mit deinen Augen sehen mit deinen Ohren hören an deinen Freuden sich erfreuen ein Dichter darf nicht engherzig sein und du wirst künftig noch viel schönere Bücher schreiben da legte Lassand sein letztes Eigentum sein Buch in die Hand des Fürsten nehmt es sagte er ich verlange keinen Lohn wenn das Buch einen einzigen Menschen erfreut und beglückt hat es seinen Zweck erfüllt über ein Jahr aber stand in den Buchläden der Hauptstadt ein Buch mit vielen schönen Geschichten und vielen bunten Bildern und das trug in großen Buchstaben die Überschrift was Lassand der Träumer im tiefen Walde erlebte da war von Wald und Wiese von Schirmpilz und Glockenblumen so lieblich erzählt dass groß und klein mit entzückenderen lasen und nur den einen Wunsch hatten im Walde ebenfalls so wundervolle Dinge zu erleben wie der Träumer Lassand ja die Menschen begannen behutsamer und liebevoller mit den Tieren umzugehen die Lassand die stummen Brüder der Menschen nannte und deren Seelen erkannte wie niemand sonst dann erschien das Buch und die Kunde von ihm auch in Lassands kleiner Vaterstadt im Tale zwischen den grünen Waldbergen Das war ein Aufsehen und eine Aufregung unter den guten Bürgern Da muss an dem verträumten Lassand doch mehr sein als wir dachten sagten sie und schüttelten die Köpfe Wer hätte das gedacht Der ehrsame Rat berief sogar eine Sitzung ein in der man beriet wie man den verstoßenen Lassand ehren sollte Wir rufen ihn feierlich in die Stadt zurück aus der ihn der Unverstand seines Bruders vertrieb sagten die einen Wir ernennen ihn zum Ehrenbürger und errichten eine Gedenktafel an seinem Geburtshause meinten die anderen Und wenn er hierher kommt gibt es einen Fackelzug und ein Ständchen Am aufgeregtesten aber gebärdete sich Meister Fasshand als er von dem Ruhm seines verachteten Bruders hörte Ja das war etwas was er nicht in seine Hände bekommen konnte mochte er auch alles andere gefasst und festgehalten haben Wer das gewusst hätte wer das gewusst hätte rief er ein über das andere mal und dachte reuevoll an Lassans blaue Augen und wie traurig die dreingeblickt hatten als er den Bruder aus dem Hause schickte da hätte man jetzt die schönste Gelegenheit Hofhassbindermeister zu werden und womöglich noch den Adel und den Orden vom goldenen Kalb zu bekommen wenn man nicht so dumm gewesen wäre jammerte er doch da kam ihm ein rettender Gedanke weißt du was Frau rief er erfreut und rieb sich die Hände du ziehst morgen die Kinder fein sonntäglich an und wir wandern allesamt zu Bruder Lassand und bitten wohnen ich wette er hat sein Einsiedlerleben im Walde längst satt und kommt gerne zu uns in die kleine Stadt und Meister Fassand war vergnügt und guter Dinge und freute sich auf den morgigen Tag der kam auch mit Sonnenschein Vogelgezwitscher und blau im Himmel dass es eine Pracht war und obwohl es gewöhnlicher Wochentag war hatten der Meister und die Meisterin sich und die vier Kinder sonntäglich angetan und zum Erstaunen der Nachbarn wanderten sie mit Blumen und einem großmächtigen Kuchen in den Händen zum Städtlein hinaus und auf der Landstraße dem großen Walde zu in dem Lasshand wohnte Der Weg war lang Die Sonne brannte heiß herab Die Blumen in den Händen der weiß gekleideten Mädchen wurden weg Der Kuchen fiel zu Boden Die Kinder wurden müde und weinten Meister Fasshand aber marschierte rüstig voran und sagte Ich habe noch alles erreicht was ich wollte Ich werde auch diesmal meinen Willen durchsetzen Endlich kam die Walddichtung und Lasshans Einsiedelei Geht voraus Kinderchen und gebt dem lieben Onkel schön die Hand sagte Meister Fasshand und trocknete sich mit einem mächtigen roten Taschentuch die Stirn Und Vater und Mutter schon den guten Onkel zu sehen Als die Kinder über die Waldwiese liefen die über und über voll von Kuckucks Blumen und Hähnen Füßen stand flog ein Schwarm Waldtauben auf und Gurte Guru Guru Gebt Flasshand Ruh Und der Kuckuck rief aus dem Walde Kuckuck Kuckuck Geht wieder zurück Der Specht aber trommelte mit dem Schnabel an einen Baumstamm und rief Geht nur Geht nur Ihr kommt viel zu spät Davon verstanden nun die Kinder nichts Sie liefen zum Holzhäuschen und öffneten die Tür Nach einem kleinen Weilchen aber sprangen sie wieder heraus und hielten ein Blatt Papier in den Händen das sie den Eltern brachten ausgeträumt ausgeträumt und obendrein musste er sich sagen lassen dass sein verachteter Bruder nichts von ihm wissen wollte Ich habe mir immer gedacht dass er etwas besonderes wäre sagte die Meisterin leise Er hat mir immer die allerschönsten Geschichten erzählt Während die sich also still und niedergeschlagen auf den Heimweg machten ging lassand mit seinen Tieren und begleitet von den freundlichen Wichtelmännchen noch tiefer in den unermesslichen Wald hinein Seine Augen strahlten Seine Seele lauschte auf die Stimmen des Abends Sein Herz war voller Frieden Freude und Dankbarkeit So schritt er der sinkenden Sonne nach und einer neuen Heimat entgegen Die Eintagsfliege von Manfred Küber Die Eintagsfliege entschlüpfte dem Wasser kroch langsam ans Ufer und reckte die feinen Flügel in der Junisonne Eine Lebensform war beendet Eine andere begann Wie ein ferner Traum verblasste in ihr das Dasein als Laver Ein Dasein voll Raubgier und Hunger beschwert und gefesselt durch die Dichtigkeit des Wassers Etwas Neues begann Etwas immer erahntes und doch erst heute Wirkliches Leichtigkeit und Licht waren die ersten frohe Gefühle dieser Wandlung und Sinn des Lebens waren nun die blitzenden Schwingen in blauer Luft und goldenem Sonnenschein Frei von dem was sie einst selbst war lockte das neue Dasein sie zum Silventanz im Äther für ein ganzes langes Leben von morgen Mittag und Abend und flugfroh zitterten ihre Flügel bereit zum Aufstieg in die durchsonnte Unendlichkeit An einer sumpfigen Stelle des Wassers dem die Eintagsfliege zu neuem Leben entstiegen war hockte ein dicker grüner Frosch und sah mit erheblichen Augen und völlig anders gearteten Gefühlen auf das seltsame Geschöpf Das ist eine fette Person die muss ich unbedingt aufessen dachte er und sein reichlich bemessener Mund klappte appetitvoll auf und zu Langsam und vorsichtig schwamm er näher mit der Übung des beruflich Ausgebildeten Die Eintagsfliege dehnte wieder die Flügel und streckte die Glieder Irgendeine Schwere war noch zu überwinden schien es ihr und plötzlich einem unbewussten Willen folgend kroch sie aus sich heraus häutete sich und stand nun neu geboren in jedem einzelnen Glied bis auf die federnden Schwingen vor ihrer eigenen Maske dem Abguss dessen was sie gewesen und nun nicht mehr war Na nu sagte der Frosch jetzt hat sich die fette Person verdoppelt das ist ja unerhört am Ende werden es noch drei welche ist fetter welche esse ich murmelte murmelte er und blieb unbeweglich sitzen mit der ganzen Geduld des reifen und erfahrenen Frosches am Uferrand pilgerten eine Ameise und ein Käfer es wanderten auch sonst noch an diesem schönen Juni Tage viele mehrbeinige Leute umher aber diese beiden hatten sich zu einer zwanglosen Unterhaltung zusammengefunden natürlich hatte die Ameise sich vorher genau vergewissert dass der Käfer Vegetarier war man weiß ja bei dieser vielfältig und beinreichen Familie nie ob es nicht gerade jemand ist der Ameisen verspeist die Fühler zuttern einem wenn man es nur ausspricht und unterhalten kann man sich überhaupt erst in Ruhe wenn man sorgsam geprüft hat wer wen frisst aber dies hier war ein harmloser Pilger in einfachem braunen Kleider ein wohlwollender Getreidekäfer ich muss mir immer so viel denken wenn ich pilgere sagte der Käfer geht es ihnen nicht auch so es ist alles so merkwürdig das ist eine ganz ungesunde Lebensauffassung meinte die Ameise die mühsam einen Strohhalm mit sich schleppte man muss tätig sein und immer das Staatswohl im Auge haben das reine Praktische wissen sie es kommt aber doch auf gewisse Punkte an sagte der Käfer diese Punkte sind eben das worüber man unbedingt nachdenken muss ich bin zum Beispiel sehr bescheiden gekleidet wie sie gewiss bemerkt haben aber ich habe auch Punkte auf meinen braunen Flügeln sehen sie hier und hier drei Punkte er zeigte mit dem einen Vorderbein rückwärts auf seine Flügeldecken dem Frosch quollen die Augen sollte da neue Nahrung angekrochen kommen was verschluckt man nun wie ist das Leben wie ist das Leben doch verwickelt Schauen sie bloß sagte die Ameise das muss man praktisch betrachten volkswirtschaftlich das eine muss die Person sein das andere die Garderobe die Garderobe bewegt sich auch gar nicht und die Person wackelt mit den Flügeln es muss eine leichtsinnige Person sein so bewegt man die Flügel nicht in anständiger Gesellschaft aber diese Ähnlichkeit welche die Garderobe mit der Person hat nein so etwas ist mir doch noch nicht vorgekommen und dabei habe ich den staatlichen Eierkursus durchgemacht und bin geprüfte Larvenpflegerin im kleinen Käfer regte sich eine große Ahnung hatte er nicht auch einmal so in der Enge einer Larve gesessen und dann war er frei geworden frei mehrbeinig und mit Punkten wie war das bloß gewesen mir ist doch so aber ich weiß es nicht wie mir ist aber wirklich so nur kann ich mich nicht darauf besinnen sagte er und kratzte sich nachdenklich den Kopf mit dem Fühler das muss ich ergründen sagte die Ameise energisch ich gehe schnell mal hinüber bewachen Sie so lange mein Beingepäck die Ameise lief eilig zur Eintagsfliege dem dicken Frosch der noch immer zusah traten die Augen sozusagen aus ihren Ufern sie interessieren mich volkswirtschaftlich sagte die Ameise sind sie das hier noch einmal oder ist das ihre Garderobe ich weiß nicht sagte die Eintagsfliege es ist etwas von mir was unwesentlich war was ich selbst bin fliegt in ein Leben von Sonnenschein machen Sie nicht solche Phrasen sagte die Ameise es handelt sich hier um eine volkswirtschaftliche Frage die sich vielleicht unseren staatlichen Prinzipien nutzbar machen lässt wovon leben Sie? von Luft, Licht und Sonne sagte die Eintagsfliege das ist Schwindel sagte die Ameise davon kann man einen Tag leben nicht länger ich lebe auch nur einen Tag sagte die Eintagsfliege einen Morgen einen Mittag und einen Abend das ist endlos gar nicht auszudenken nicht wahr? ein anständiges Geschöpf lebt Jahre sagte die Ameise Frühling Sommer Herbst und Winter ich weiß nicht was das ist sagte die Eintagsfliege vielleicht gebrauchen Sie nur andere Ausdrücke alles Leben ist doch nur Morgen Mittag und Abend ich kann mir nichts anderes vorstellen sie sind eben nicht volkswirtschaftlich und staatlich gebildet sagte die Ameise haben Sie den Punkt gefunden? rief der Käfer hinüber ach Sie mit Ihrem Punkt sagte die Ameise bewachen Sie lieber mein Beingepäck das ist der einzige Punkt um den Sie sich eben zu kümmern haben wenn ich wiederkomme und finde mein Beingepäck nicht mehr dann trommle ich Ihnen auf Ihren drei Punkten herum dass Sie alle anderen Punkte vergessen ich sitze auf Ihrem Beingepäck sagte der Käfer mehr kann man wahrhaftig nicht tun aber es muss doch einen Punkt geben der Frosch konnte sich jetzt nicht mehr beherrschen er sprang mit einem Satz auf die Hülle der Eintagsfliege zu diese von den beiden fetten Personen schien ihm am fettesten die Eintagsfliege spannte die Flügel weit aus und flog in Licht, Luft und Sonne hinein und hinter ihr blieb wesenlos und unwissentlich das worin sie einmal war ihr Kleid ein neues Dasein begann morgen, Mittag und Abend das ist ja gar keine Person sondern ein Futeral quakte der Frosch wütend und setzte erboßt ins Wasser zurück die Ameise war zum Käfer zurückgeeilt und nahm ihr Beingepäck wieder in Empfang ohne sich zu bedanken die Person sagt, sie lebt von Luft und Sonne erzählte sie sie lebt nur einen Tag, sagt sie morgen, Mittag und Abend es ist eine Schwindlerin ich dachte es mir gleich als sie so mit den Flügeln wackelte es ist eine leichtsinnige Person morgen, Mittag und Abend sagte der Käfer und rieb sich den Kopf mit dem Fühler man muss aber doch einen Punkt finden können irgendeinen Punkt mehrbeinig und mühsam pilgerten beide weiter der Frosch saß dick und grün im Sumpf und hatte eine geschwollene Kehle vor lauter Ärger die Eintagsfliege gaukelte mit blitzenden Schwingen im Lichterglanz eines neuen Daseins für einen Tag für morgen Mittag und Abend aber was ist ein Tag ein Augenblick und tausend Jahre sind gleichflüchtig und wandelbar man muss doch wohl den einen Punkt finden wie der kleine pilgernde Käfer sagte irgendeinen Punkt sind wir nicht alle Eintagsfliegen? lassen wir nicht auch Larven zurück die uns gleichen und haben damit doch nur Erde und Sumpf verlassen um unsere Schwingen zu spannen im blauen Äther durch Son der Ewigkeit? jede Gegenwart trägt ihr rätselvolles Zeichen des Künftigen und in allem Dasein atmet die große Ahnung kleiner Käfer alles Leben ist morgen Mittag und Abend und über Nacht das Frührot einer neuen Sonne alles Leben ist ewiges Ostern Der kleine Hävelmann von Theodor Sturm Es war einmal ein kleiner Junge der hieß Hävelmann des Nachts schlief er in einem Rollenbett und auch des Nachmittags wenn er müde war wenn er aber nicht müde war so musste seine Mutter ihn darin in der Stube umherfahren und davon konnte er nie genug bekommen Nun lag der kleine Hävelmann eines Nachts in seinem Rollenbett und konnte nicht einschlafen die Mutter aber schlief schon lange neben ihm in ihrem großen Himmelbett Mutter! rief der kleine Hävelmann ich will fahren und die Mutter langte im Schlaf mit dem Arm aus dem Bett und rollte die kleine Bettstelle hin und her und wenn ihr der Arm müde werden wollte so rief der kleine Hävelmann mehr mehr und dann ging das Rollen wieder von vorne an endlich aber schlief sie gänzlich ein und so viel Hävelmann auch schreien mochte sie hörte es nicht es war rein vorbei da dauerte es nicht lange so sah der Mond in die Fensterscheiben der gute alte Mond und was er da sah war so possierlich dass er sich erst mit seinem Pelzärmel über das Gesicht fuhr um sich die Augen auszuwischen so etwas hatte der alte Mond all sein Lebtag nicht gesehen da lag der kleine Hävelmann mit offenen Augen in seinem Rollenbett und hielt das eine Beinchen wie einen Mastbaum in die Höhe Sein kleines Hemd hatte er ausgezogen und hing es wie ein Segel an seiner kleinen Zehe auf dann nahm er ein Hemdzipfelchen in jede Hand und fing mit beiden Backen an zu blasen und allmählich leise leise fing es an zu rollen über den Fußboden dann die Wand hinauf dann kopfüber die Decke entlang und dann die andere Wand wieder hinunter mehr mehr schrie Hävelmann als er wieder auf dem Boden war und dann blies er wieder seine Backen auf und dann ging es wieder kopfüber und kopfunter es war ein großes Glück für den kleinen Hävelmann dass es gerade Nacht war und die Erde auf dem Kopf stand sonst hätte er doch gar zu leicht den Hals brechen können als er dreimal die Reise gemacht hatte guckte der Mond ihm plötzlich ins Gesicht Junge sagte er hast du noch nicht genug nein schrie Hävelmann mehr mehr mach mir die Tür auf ich will durch die Stadt fahren alle Menschen sollen mich fahren sehen das kann ich nicht sagte der gute Mond aber er ließ seinen langen Strahl durch das Schlüsselloch fallen und darauf fuhr der kleine Hävelmann zum Haus hinaus auf der Straße war es ganz still und einsam die hohen Häuser standen im hellen Mondschein und glotzten mit ihren schwarzen Fenstern recht dumm in die Stadt hinaus aber die Menschen waren nirgends zu sehen es rasselte recht als der kleine Hävelmann in seinem Rollenbette über das Straßenpflaster fuhr und der gute Mond ging immer neben ihm und leuchtete so fuhren sie Straßen aus Straßen ein aber die Menschen waren nirgends zu sehen als sie bei der Kirche vorbeikamen da krähte auf einmal der große goldene Hahn auf dem Glockenturm sie hielten still was machst du da? rief der kleine Hävelmann hinauf ich krähe zum ersten Mal rief der goldene Hahn herunter wo sind denn die Menschen? rief der kleine Hävelmann hinauf die schlafen rief der goldene Hahn herunter wenn ich zum dritten Mal krähe dann wacht der erste Mensch auf das dauert mir zu lange sagte Hävelmann ich will in den Wald fahren alle Tiere sollen mich fahren sehen Junge sagte der gute alte Mond hast du noch nicht genug? nein schrie Hävelmann Meer Meer Leuchte alter Mond Leuchte und damit blies er die Backen auf und der gute alte Mond leuchtete und so fuhren sie zum Stadttor hinaus und übers Feld und in den dunklen Wald hinein der gute Mond hatte große Mühe zwischen den vielen Bäumen durchzukommen mitunter war er ein ganzes Stück zurück aber er holte den kleinen Hävelmann doch immer wieder ein im Walde war es still und einsam die Tiere waren nicht zu sehen weder die Hirsche noch die Hasen auch nicht die kleinen Mäuse so fuhren sie immer weiter durch Tannen und Buchenwälder bergauf und bergab der gute Mond ging nebenher und leuchtete in alle Büsche aber die Tiere waren nicht zu sehen nur eine kleine Katze saß oben in einem Eichbaum und funkelte mit den Augen da hielten sie still das ist der kleine Hinze sagte Hävelmann ich kenne ihn wohl er will die Sterne nachmachen und als sie weiter fuhren sprang die kleine Katze mit von Baum zu Baum was machst du da rief der kleine Hävelmann hinauf ich illuminiere rief die kleine Katze herunter wo sind denn die anderen Tiere rief der kleine Hävelmann hinauf die schlafen rief die kleine Katze herunter und sprang wieder einen Baum weiter horch nur wie sie schnarchen Junge sagte der gute alte Mond hast du noch nicht genug nein schrie Hävelmann mehr mehr leuchte alter Mond leuchte und dann blies er die Backen auf und der gute alte Mond leuchtete und so fuhren sie zum Walde hinaus und dann über die Heide bis ans Ende der Welt und dann gerade in den Himmel hinein hier war es lustig alle Sterne waren wach und hatten die Augen auf und funkelten dass der ganze Himmel blitzte Platz da schrie Hävelmann und fuhr in den hellen Haufen hinein dass die Sterne links und rechts vor Angst vom Himmel fielen Junge sagte der gute alte Mond hast du noch nicht genug nein schrie der kleine Hävelmann mehr mehr und hast du nicht gesehen fuhr er fuhr er dem alten guten Mond quer über die Nase dass er ganz dunkelbraun im Gesicht wurde Pfui sagte der Mond und nieste dreimal alles mit Maßen und damit putzte er seine Laterne aus und alle Sterne machten die Augen zu da wurde es im ganzen Himmel auf einmal so dunkel dass man es ordentlich mit Händen greifen konnte leuchte alter Mond leuchte schrie Hävelmann aber der Mond war nirgends zu sehen und auch die Sterne nicht sie waren schon alle zu Bett gegangen da fürchtete der kleine Hävelmann sich sehr weil er so allein im Himmel war er nahm seine Hemdzipfelchen in die Hände und blies die Backen auf aber er wusste weder aus noch ein er fuhr kreuz und quer hin und her und niemand sah ihn fahren weder die Menschen noch die Tiere noch auch die lieben Sterne da guckte endlich unten ganz unten am Himmelsrande ein rotes rundes Gesicht zu ihm herauf und der kleine Hävelmann meinte der Mond sei wieder aufgegangen leuchte alter Mond leuchte rief er und dann blies er wieder die Backen auf und fuhr quer durch den ganzen Himmel und gerade darauf los es war aber die Sonne die gerade aus dem Meere herauf kam Junge rief sie und sah ihm mit ihren glühenden Augen ins Gesicht was machst du hier in meinem Himmel und eins zwei drei nahm sie den kleinen Hävelmann und warf ihn mitten in das große Wasser da konnte er schwimmen lernen und dann ja und dann weißt du nicht mehr wenn ich und du nicht gekommen wären und den kleinen Hävelmann in unser Boot genommen hätten so hätte er doch leicht ertrinken können Lüttiemann und Püttierinchen von Hermann Löns es waren einmal zwei Mooswichte die lebten in einem alten Steinbruche sie hatten ein einziges Kind das nannten sie Lüttiemann weil es noch viel kleiner war als die Kinder der Mooswichte sonst sind so klein dass es in einer Wiege aus einer halben Walnussschale Platz hatte die alten Mooswichte liebten ihren einzigen Sohn zärtlich er bekam das feinste Essen Blumenhonig und Nusskernbrot und dazu Mondtau und herrliche Spielsachen goldene Käferflüge silberne Libellenaugen blitzende Kristalle und funkelnde Steine als er größer wurde und zu Verstand kam ließen ihn seine Eltern etwas Tüchtiges lernen der Maulwurf lehrte ihn das Graben der Specht das Meißeln die Maus das Hobeln der Käfer das Bohren die Spinne das Weben die Schnecke das Polieren die Heuschrecke brachte ihm das Fiedeln und die Mücke das Singen bei als Lüttjemann so groß war dass ihm der Bart wuchs sagte sein Vater zu ihm du kannst allein in der Welt fertig werden suche dir eine Wohnung richte sie dir hübsch ein nimm dir eine Frau und sei glücklich mit ihr wie ich es mit deiner Mutter bin und damit dir unterwegs niemand etwas tut so hast du hier einen Spieß und Bogen und Pfeiler und er gab ihm einen Schleedorn einen Bogen aus einer Fischgräte und Pfeile aus Wildschweinborsten mit giftigen Spitzen aus Bienenstacheln Lüttjemanns Mutter weinte sehr als sie das hörte und wischte sich mit ihrer Schürze einem roten Mohnblatt die Augen sie küsste ihren Sohn und sprach zu ihm heirate kein Mädchen das nicht dünn in der Mitte blau in den Augen und blond auf dem Kopf ist und hier hast du allerlei auf die Reise mit und sie gab ihm eine Tasche aus Spitzmausfell darin war eine Buchäckernflasche mit Blickbärwein eine Wurst aus Schneckenfleisch ein Brot aus Hirtentäsche Lüttjemann wollte auch erst weinen dass er nun so allein in die Welt hinaus musste aber er dachte daran dass er einen Bart einen Spieß und Pfeil und Bogen hatte küsste seinen Vater und seine Mutter und ging tapfer in die Welt hinaus als er eine Weile gegangen war wurde er hungrig und setzte sich unter ein Klettenblatt um zu frühstücken vorher aber rief er wie es ihn seine Eltern gelehrt hatten ich habe für zwei Mann genug im Sack ist keiner da der mithalten mag da schnurrte es über Lüttjemann der Zaunkönig kam angeflogen machte einen tiefen Knicks und sagte ich esse auch nicht gern allein ich bin so frei und lade mich ein sie aßen und tranken und als der Zaunkönig satt war bedankte er sich schön und sprach will man dir etwas tun so rufe mich ich heiße Vogel Wunderlich Lüttjemann ging weiter und als er wieder hungrig wurde setzte er sich unter einen Fliegenpilz knöpfte sein Ranzel auf und rief ich habe für zwei Mann genug im Sack ist keiner da der mithalten mag da raschelte es neben ihm und der Igel kam bot Lüttjemann die Tageszeit und sprach ich esse auch nicht gern allein ich bin so frei und lade mich ein sie aßen und tranken und als der Igel satt war bedankte er sich schön und sprach will man dir was tun so rufe mich ich bin das Tierchen pieke dich Lüttjemann ging weiter und als er wieder hungrig war setzte er sich unter einen Brombeerbusch und lud sich wieder Gesellschaft ein da kam der Hirschkäfer machte einen Diener und wesperte mit und als er satt war bedankte er sich schön und sagte will man dir was tun so rufe mich her ich bin der Käfer kneife sehr Lüttjemann ging weiter und fand einen goldenen Laufkäfer auf dem Rücken liegen er half ihm auf die Beine und da sagte der Käfer du halfest mir aus Not und Pein dafür will ich dein Hund jetzt sein und Lüttjemann freute sich darüber sehr und sprach blitzeblank so nenne ich dich lauf voran und schütze mich da lief blitzeblank vor ihm her und biss alles in die Beine was den Weg nicht freigeben wollte gegen Abend kamen sie an einen Steinbruch da sahen sie drei Glühwürmer die leuchteten und sechs Totengräber in schwarzen rot besetzten Röckchen beerdigten eine Fledermaus Lüttjemann half ihnen dabei und lud sie nachher zum Abendbrot ein als die Totengräber hörten dass er ein Haus für sich suche zeigten sie ihm die Wohnung der Fledermaus die jetzt leer stand Lüttjemann ging mit und sah sich die Wohnung an es war ein Loch in der Felswand unter einem Glockenblumenbusch die Glühwürmer leuchteten und die Totengräber machten rein und als alle die Kehricht heraus war den die alte faule Fledermaus hatte liegen lassen da freute sich Lüttjemann denn die Decke war ganz aus blanken Kristallen und die Wände aus dem schönsten Kalkstein er machte zwei Lager eins für sich und eins für blitzeblank und schlief ruhig ein denn er war von dem weiten Weg müde frisch und munter wachte er am andern Morgen auf wusch sich in einem großen Tautropfen kochte auf einem Feuer aus trockenen Tannennadeln ein Lärchenei das blitzeblank herangeschleppt hatte in einem Topf aus einer Schneckenschale frühstückte und richtete seine Wohnung ein und weil er viel freundlicher und gefälliger war als die brummige Fledermaus so halfen ihm die kleinen Leute aus der Nachbarschaft die Spinne webte ihm Vorhänge die Eule gab ihm Federn für das Bett das Eichhorn sorgte für Teller und Töpfe aus Nüssen und Eicheln Brennholz brachten die Ameisen der Specht schaffte Leuchtholz herbei damit Lüttjemann abends Licht hatte die Bienen lieferten Honig der Eisvogel libellen Flügel als Wandschmuck als alles fertig war sagte Lüttjemann fix und fertig ist das Haus jetzt gehe ich und suche die Braut mir aus jeden Tag ging er in die Nachbarschaft auf Brautschau und jeden Abend kam er allein nach Hause denn er hatte keine Frau gefunden die zu ihm passte die Unke war zu dick in der Mitte das Goldhähnchen hatte schwarze Augen und die Spitzmaus war zu schwarz auf dem Kopf so kam der Herbst in das Land und Lüttjemann hatte immer noch keine Frau sein Häuschen war sauber und gemütlich Küche und Keller Stall und Scheune waren voll aber Lüttjemann wurde immer trauriger weil er so allein war und spielte auf seiner Fiedel die er sich aus einem Mausekopf gemacht hatte nur noch ganz leise Lieder als der Wind die roten Blätter von den Bäumen riss kam eine kleine Haselmaus und fragte Lüttjemann ob sie den Winter über nicht neben dem Herd schlafen dürfe denn die Holzhauer hätten ihr Häuschen in der Buche entzwei gemacht das erlaubte Lüttjemann ihr und sie ging hinter den Herd rollte sich zusammen und schlief ein so wurde es Winter und wenn Lüttjemann auch noch so traurig war über sein Alleinsein einen Weihnachtsbaum wollte er doch haben er ging mit seiner Säge einem scharfen Heuschreckenbein in den Wald wo die ganz kleinen Tannenbäume stehen suchte sich den schönsten aus schnitt ihn ab setzte ihn in eine Kastanie und putzte ihn aus mit Lichtern aus Schneckenteig Flittergold von Schmetterlingsflügeln und Watteflöckchen von Altweibersommer und weil er am Weihnachtsabend nicht allein sein wollte so bug er tüchtig Kuchen für seine Gäste und machte dazu ein so großes Feuer dass die Haselmaus warm und munter wurde sie rieb sich die großen schwarzen Augen strich sich ihren langen Schnurrbart gerade kämmte und putzte sich und sprach Lüttjemann sei mal still weil ich dir was sagen will mir hat geträumt in letzter Nacht Christkind hätt dir was gebracht mitten dünn oben Gold und die Augen blau und holt wo der Bach den Bogen macht es die Pustefrau bewacht Lüttjemann riss sein rotes Mützchen ab und schrie Hurra, Hurra, das stimmt genau das passt ganz auf meine Frau aber dann wurde er sehr traurig denn die Pustefrau war eine Hexe der jeder gern aus dem Wege ging denn wen sie anpustete der wurde steif und stumm aber er dachte an seinen Spieß und Bogen und seine Pfeile und ging geradewegs nach dem Bacher da saß die Pustefrau unter einer faulen Eichenwurzel rieb vor Boshaftigkeit ihre Spinnefinger zwinkerte mit den grünen Augen und rief Lüttjemann, Lüttjemann wer mich stört den puste ich an Pütjerine deine Braut schläft schon auf dem Farnkraut Lüttjemann hatte große Angst als er die Pustefrau so reden hörte als er aber das Pütjerinchen sah die hinter der Hexe auf dem Farnkraut lag und schlief in der Mitte dünn auf dem Kopfe blond und in den Augen blau da ging er tapfer auf die Alte los die Hexe machte sich dick wie eine Kröte und pustete als sie das erste Mal pustete als sie das erste Mal pustete lief es Lüttjemann kalt über den Rücken aber er schoss doch einen Pfeil ab die Hexe aber lachte böse fing den Pfeil auf und blies zum zweiten Mal da lief es Lüttjemann kochend heiß über den Rücken aber er schwang seinen Speer und ging auf die Hexe los da machte sie sich doppelt so dick wie vorher da dachte Lüttjemann an den Zaunkönig und rief kleiner Vogel wunderlich rette vor der Hexe mich da schnurrte es in der Luft der Zaunkönig kam an flog der Pustefrau in das Gesicht aber wenn er dadurch auch Lüttjemann rettete er selber wurde von der Hexe angeblasen und fiel steif und stumm in den Schnee wieder blies die Hexe sich auf und da fiel Lüttjemann der Igel ein und er rief gutes Tierchen pieke dich rette vor der Hexe mich da trappelte es im Schnee der Igel kam an rollte sich zusammen kugelte sich auf die Pustefrau und stach sie so dass sie laut schrie aber auch ihn pustete sie an und steif und stumm lag er im Schnee wieder blies die Hexe sich auf und wollte Lüttjemann anpusten da dachte er an den Hirschkäfer und schrie starker Käfer kneife sehr ich bin in Not komm schleunigst her da krabbelte es in der faulen Eichenwurzel unter der die Pustefrau saß kneife sehr steckte seine Zange hervor fasste die Hexe um den Hals und würgte sie dass sie blau im Gesicht wurde und das Pusten vergaß und da sprang Lüttjemann hinzu stieß ihr seinen Speer in das Herz und warf das Scheusal in den Bach da erwachte Pütjerinchen aus dem Zauberschlaf richtete sich auf strich ihr seidenes Röckchen glatt gab Lüttjemann einen Kuss und sprach Pütjerinchen heiße ich ich bin zart und pütjerich mein Vater ist König im Wollgrasland flitterfroh ist er genannt und meine Mutter die Königin die nennen sie Frau Susevin da lachte Lüttjemann und fragte sie ob sie seine Frau sein wollte und da war Pütjerinchen zufrieden und alle kleinen Leute im Walde kamen und wünschten ihnen Glück und geleiteten sie mit Musik durch den Schnee nach Lüttjemanns Haus auch der Zaunkönig und der Igel die wieder aufgewacht waren kamen mit die Haselmaus lachte als der fröhliche Zug ankam deckte den Tisch braute einen Hagebuttenpunsch und steckte die Lichter an dem Weihnachtsbaum an gerade als unten im Dorfe die Menschen auch die Lichter anzündeten da ging es dann vergnügt her Lüttjemann war froh dass er eine Frau hatte und Pütjerinchen freute sich dass sie so einen guten Mann bekommen hatte im Frühling feierten sie Hochzeit wozu Lüttjemanns und Pütjerinchens Eltern auch kamen und als sie Kinder bekamen nannten sie den Jungen Lüttje Püt und das Mädchen Pütje Lütt und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie auch heute noch der gute Rat von Josef Wenzig es war ein Vater der zwei Töchter hatte als er beide verheiratete sagte er zu seinem Weibe Mutter geben wir den Töchtern was unser ist sein Weib erwiderte alter tu das nicht tu es nicht früher als bis wir einmal sterben pah versetzte er darauf geben wir es ihnen sie gaben sie gaben den Töchtern alles die Töchter hielten sie etwa zwei Monate lang in Ehren dann ehrten sie die Eltern immer weniger und weniger bis sie Vater und Mutter gar nicht mehr besuchten das nagte dem Vater am Herzen einst machte er einen Spaziergang durchs Feld und begegnete seinem alten Freunde der sprach zu ihm Bruder was gehst du so betrübt du warst ja sonst immer so frohen Mut er zuckte mit den Achseln und sagte ich habe nicht gut getan alle haben mich verlassen sorg nicht entgegnete sein Freund da hast du Geld richt dein Essen her und lad deine Töchter und Schwiegersöhne mich gleichfalls dazu ein sie trennten sich und er richtete ein Essen her und lud seine Töchter und Schwiegersöhne samt dem Freunde ein bei Male sagte sein Freund zu ihm Bruder da hast du diese Truhe mit Geld ich bedarf ihrer nicht und du hast nichts sie kann dir gute Dienste leisten eh du stirbst er nahm die Truhe und verwahrte sie in seiner Kammer beide alte Freunde hatten sich schon verabredet und wussten was in der Truhe sei da wisperte gleich beim Male die eine Tochter ihrem Manne zu ei der Vater hat noch so viel Geld die ganze Truhe voll das ist zu beachten wir müssen sehen dass wir es nach seinem Tod bekommen dass es uns vermache und die andere Tochter sprach leise zu ihrem Manne lieber Mann wir haben volle Ursache unseren Vater in Ehren zu halten das Mal war zu Ende das Mal war zu Ende sie schieden voneinander von diesem Tag an er ging's dem Vater vortrefflich bis zu seinem Tode er starb ohne ein Testament zu machen da suchten sie hastig die Truhe zogen sie hervor rissen sie auf und fanden zerbrochene Töpfe zerschlagene Gläser lauter Scherben denen ist doch wahrlich recht geschehen der Mondschuster von Frieda Schanz die beiden Kinder des Glöckners waren einst an einem Mainachmittag weit von ihrem Hause fortgegangen mitten im tiefsten Walde wussten sie eine Stelle wo sie gar zu gern weilten dort ließen die Bäume eine goldgrüne saftige Wiese frei auf der im Frühling Schlüsselblumen und Erdbeerblüten nickten und die im Sommer überreiche Mengen roter Beeren trug über den süßen Blüten dieser Wiese schwebten die schönsten bunten Falter und wenn man still im Grase lag und lauschte so hörte man vom Wald herüber das Hämmern des Spechtes und im Frühling das Locken der Nachtigall die Kinder hatten Hand in Hand zu lange auf ihrer lieben Wiese gesessen sich die Köpfe von der Sonne bescheinen und die Bäckchen vom sanften Wind umwehen lassen so kam es dass sie ein wenig zu spät an die Heimkehr dachten als sie mitten im Wald dickicht waren sank schon die Sonne und nun war es schwer den schmalen Pfad wiederzufinden der nach dem Dorfe führte das Lorle das klug und bedächtig war tröstete zwar den ängstlichen Kleinen und meinte es könne den altbekannten Weg nicht fehlen wenn du weinst Heinz so lachen dich die Vögel und die kleinen Mäuse aus ein so großer Junge wie du bist das leuchtete dem furchtsamen Bübchen ein es trocknete die großen Tränen und ließ sich geduldig weiterführen aber so recht sicher war das Lorle doch nicht ob sie wirklich den richtigen Weg einschlug der Mond der voll und groß hinter den Bäumen heraufgestiegen war gab allen Dingen ein so seltsames Aussehen kein Busch schien ihr endlich mehr bekannt und als sie an einen Kreuzweg kam musste sie sich Mühe geben nicht selbst zu weinen als sie den müden Bruder mahnte komm nur Heinzel sei brav ich glaube da rechts geht's weiter wir sind gewiss gleich im Dorf der Weg aber der rechts abbog führte stundenlang weiter ohne dass ein Dorf zu sehen war stattdessen schimmerte es auf einmal silberhell durch die Bäume und das kleine Mädchen das noch nie ein größeres Wasser als den Dorfbach gesehen hatte sagte ganz lustig du Heinzel ich glaube jetzt kommen wir ans Meer da horchte das müde Kind neugierig auf vergaß Hunger und Müdigkeit und ließ sich so schnell weiterziehen als Lorle nur wollte als sie aber durch die Stämme hindurch kamen sahen sie ganz verdutzt einander an die silberne Fläche die Lorle für das Meer gehalten hatte war nichts anderes als ihre liebe alte Waldwiese auf der zarter Nebelduft lagerte und auf deren Gräsern und Blüten jetzt unzählige Tautropfen perlten die der volle Mond mit seinem schimmernden Licht übergoss so dass das Ganze wirklich einem leise wogenen Meer von flüssigem Silber glich nun finde ich den Weg ein zweites Mal verirre ich mich nicht sagte Lorle komm Heinz wenn du müde bist so trag ich dich ein Stück ja trag mich rief Heinz und streckte ihr die dicken Händchen entgegen umsonst aber versuchte sie den schweren Jungen der nur drei Jahre jünger war als sie selbst auf den Rücken zu nehmen und wie sie sich nun ängstlich und bekümmert nach Beistand umsah gewahrte sie plötzlich einen seltsamen glänzenden Lichtstreif der wie ein helles Band vom Mond bis auf die Wiese reichte auch der Knabe sah es auch der Knabe sah es als er durch die Zweige des Haselstrauchs blickte und sagte schau nur Lorle das Treppchen und wirklich je genauer Lorle hinblickte desto deutlicher sah sie's eine richtige schmale Silbertreppe war vom Mond auf die Wiese gebaut während die Kinder noch sprachlos auf das Wunder starrten kam mit der Schnelligkeit eines Eichkätzchens ein kleiner Mann auf den winzigen Stufen herab er war nicht größer als Heinz aber runzlig und alt trug einen langen silberweißen Bart und ein silbernes Käppchen auf dem Haar auch sein kleines Gewand war ganz von Silberstoff trotzdem sah er ganz und gar nicht aus wie ein Prinz oder ein vornehmer Herr das Schurzfell das er trug gab ihm eher das Aussehen eines Handwerkers etwa eines Schusters oder Zimmermanns schnell wie ein Blitz huschte der kleine Mann sobald er unten angekommen war über die Wiese zog ein winziges Messer aus der Tasche und begann von dem Pfannenhütchenbaum am Waldrand eifrig und hastig eine Handvoll Zweige abzuschneiden darauf huschte er so schnell wie er gekommen war wieder nach dem silbernen Treppchen zurück und stieg ohne zu verschnaufen hoch hoch empor bis ihn die Kinder nicht mehr zu sehen vermochten dem kleinen Heinz hatte die ganze Sache außerordentlich gut gefallen komm schnell sagte er indem er sein Schwesterchen nach der Treppe zog wir wollen auch da hinauf ach nein Heinzel wir müssen heim was denkt sonst die Mutter die schon lange auf uns wartet aber ungeduldig zerrte das Kind an ihrem Röckchen und bat bis sie ihm widerstrebend nachgab und sich dem seltsamen Treppchen näherte sie konnten es ja einmal in der Nähe betrachten Heinz sprang voraus kaum aber hatte der Kleine den Fuß auf die unterste Sprosse gesetzt als eine unsichtbare Hand die ganze Treppe in die Höhe zog so dass Heinz der schnell herabsprang gewiss tüchtig auf die Nase gefallen wäre wenn ihn das gute Lorle nicht noch glücklich aufgefangen hätte war das ein Schreck Heinz schrie entsetzt auf verzog schon den Mund und drückte die Augen zu um laut aufzuweinen als er zu seinem Trost vom Walde her die Stimme des Vaters hörte der ausgezogen war die Kinder zu suchen Lorle antwortete mit einem hellen Jubelschrei und bald darauf hing sie froh und beruhigt an seinem Halse Schnell ging es nun auf dem nächsten Weg dem Dorfe zu das Bübchen schlief auf des Vaters Arm und Lorle, die seine Hand umklammerte erzählte beim Gehen ihr Erlebnis auf der Waldwiese das hast du geträumt sagte der Vater und lachte sie aus die Mutter zu Hause meinte dasselbe aber Lorle glaubte es nicht und auch der Junge beteuerte am anderen Morgen er habe das Treppchen und den kleinen Mann mit dem Schurzfell wahrhaftig gesehen als der nächste Tag zu Ende ging und die Kinder im Dämmerlicht auf der Türschwelle saßen um ihr Abendbrot zu verzehren stand Heinz plötzlich auf steckte den Rest seines Males in die Tasche und sagte ganz leise zu seiner Schwester ich gehe jetzt in den Wald Lorle und suche das Treppchen erschrocken hielt ihn die Schwester an seinem Kittel fest das geht nicht Heinz sagte sie du darfst nicht allein in den Wald und abends schon gar nicht so komm mit nein nein Bubi du sollst das Treppchen nicht wiedersehen denn siehst du's so willst du hinauf und bist du einmal oben auf dem Monde so tun sie dir gewiss ein Leid der kleine Junge schwieg eine Weile still zog sein Brot wieder aus der Tasche und aß es nachdenklich bis zum letzten Krümchen auf dann ließ er sich von der Mutter zu Bett bringen betete machte die Augen zu und lag ganz still auch Lorle legte sich nieder aber wie sie sich auch bemühte einzuschlafen es wollte heute gar nicht gehen sonderbar Angst war es ihr ums Herz und ein paar Mal trieb sie's aufzustehen und nach dem Brüderchen zu schauen der aber lag so still und rosig zwischen den weißen Kissen dass sie sich endlich beruhigte und einschlief nachdem sie ihr Abendgebet wohl zum zehnten Mal mit gefalteten Händen hergesagt hatte am anderen Morgen weckte als sich der erste Lichtstrahl durch die Kresse und Reseda am Fenster hindurch in die Kammer stahl ein böser Traum das Mädchen aus ihrer Ruhe es war als sähe sie in einer kleinen ganz silberlichten Kammer ihr Brüderchen auf einem winzigen Schusterschemel sitzen das Männchen vom Mond stand vor ihm mit einem bitterbösen Gesicht und unterwies es in einen niedlichen silbernen Schuh mit silbernem Hammer kleine Zwecken zu schlagen das Bübchen schluchzte und stellte sich mit den kleinen dicken Händen über alle Maßen ungeschickt an für jede Zwecke aber die es fallen ließ zauste es sein Lehrer herzhaft an dem blonden Lockenbüschel der ihm über die Stirn fiel dann schrie Heinzel jedes Mal erbärmlich auf und das kleine Mädchen schrie im Traume mit von einem besonders lauten Schrei wachte sie auf und lief nun mit bloßen Füßen an des Bruders Bett um sich zu überzeugen dass der Schelm gesund und heil darin lag aber das Bett war leer und das blaue Röckchen das daneben auf dem Stuhl gelegen die Strümpfe und die neuen Lederschuhe waren auch verschwunden im ersten Schreck brachte Lorle kein Wort hervor sie kniete neben dem leeren Bett nieder und schluchzte dann aber fasste sie sich ein Herz weckte Vater und Mutter und alle drei machten sich nun auf den bösen Jungen zu suchen der so bei Nacht und Nebel davon gelaufen war jeder suchte an einem anderen Ort der Vater im alten Klostergemäuer wo die Nester der wilden Tauben waren die Mutter im Gärtchen hinter den Stachelbärhecken das Lorle aber lief in ihrer Herzensangst auf die Waldwiese hinaus traurig und sorgenvoll kamen sie wieder nach Hause jeder hoffte den Kleinen nun daheim zu finden aber er war nicht da keiner hatte eine Spur von ihm gefunden und er kam auch während des Tages nicht nach Hause der Glöckner und seine Frau liefen von Haus zu Haus fragten und klagten aber niemand konnte ihnen Auskunft geben alle Nachbarn und Freunde alle Nachbarn und Freunde halfen ihnen nun suchen denn alle hatten den hübschen Jungen ja so gern gehabt am wehesten war es aber dem Lorle zumute sie wusste genau dass keiner ihn finden könne er ist auf den Mond gestiegen und kommt nie wieder heim klagte sie in sich hinein Vater und Mutter denen sie dasselbe sagte als sie abends müde und traurig nach Hause kamen schalten sie und nannten sie töricht aber als das Brüderlein gar nicht wieder kam und trotz aller Mühe auch nicht eine Spur von ihm zu entdecken war so fingen sie selbst an das Wunder zu glauben sie gingen nun in ihrer Betrübnis in hellen Nächten zuweil mit dem kleinen Mädchen auf die Waldwiese hinaus um das Treppchen zu suchen dieses war jedoch ebenso wenig zu finden wie der arme Heinz das Lorle aber fühlte sich von einer geheimen Sehnsucht immer wieder nach der Waldlichtung hinausgezogen und einmal nahm sie sich beim Nachhause gehen einen jungen Trieb vom Pfaffenhütchen Strauch mit von dem sie das Mondmännchen hatte pflücken sehen den pflanzte sie in ihrem Gärtchen ein und freute sich als er bald darauf Wurzelt schlug grünte weiter sproste und schließlich selbst ein Sträuchlein wurde unter das sie sich setzte wenn sie recht ungestört an das verschwundene Brüderchen denken wollte einmal war Lorles Mutter die von all dem Gram blass und siech geworden war zu einer Base über Land gegangen und Lorle war mit dem Vater allein zu Haus als dieser als dieser nun um Mitternacht von seinem Lager aufstand um die Glocken zu läuten wachte auch Lorle auf und weil es ihm in dem einsamen mondhellen Kämmerchen bange war so schlich es hinter dem Vater drein in den Turm hinauf an dem Glockenstübchen vorbei und von der allerobersten und schmalsten Stiege hinaus auf den vergitterten Ausbau von wo man einen so weiten schönen Blick über das ganze Land hatte dort wollte sie den Vater erwarten und ihm sagen dass ihr daheim so bange gewesen und sie ihn darum gefolgt sei weil sie nun im leichten Nachtrückchen mit dem flatternden Harder droben zwischen Himmel und Erde stand und die großen Augen zu dem leuchtenden Mond erhob der über ihr im tiefen Blau des Himmels stand da sah sie plötzlich einen mächtigen Vogel von oben herab nach dem Kirchturm zu flattern ein freudiger Schreck ergriff Lorle das war ja das Mondmännchen sie konnte es nun deutlich sehen wie es flink und behend vom Dache her niederkletterte nun sprang es auf den Ausbau herab stand einen Augenblick neben ihr und eilte dann hurtig wie ein Wiesel an ihr vorbei durch das Treppentürmchen und in die gewundene Stiege hinab aber ebenso flink war Lorle hinter ihm drein es war ein förmlicher Wettlauf Trepp ab durchs Kirchentor und über die Straße bis an ihres Vaters Haus dann um das Haus ins Gärtchen das Mädchen immer wenige Schritte hinter dem Manne drein endlich im Pfaffenholzenstrauch stand der kleine still da hatte ihn Lorle auch schon blitzgeschwind an seinem blanken Rock gefasst und rief tief erregt nun hab ich dich und lass dich nicht frei bis du mir sagst wo du den Heinzel hast der kleine wandte dem Mädchen sein blasses bitterböses Gesicht zu und sagte lass mich los ich will mir ein paar Zweige pflücken schnell schnell ich habe keine Zeit aber Lorle ließ ihn nicht los sie hielt seinen Arm fest und rief weinend nein nein erst musst du mir sagen wohin du meinen Bruder gebracht hast nun erst schien sich der kleine zu besinnen ist dein Bruder etwa mein nichtsnutziger Schusterjunge der nichts lernen will und meine Treppe zerbrochen hat sagte er barsch mein Bruder heißt Heinz und du hast ihn von der Waldwiese gestohlen erwiderte Lorle dann stimmt's schon knurrte das Männchen und fügte mit verschmitztem Lächeln hinzu dann kannst du gleich mitkommen und ihn heimholen das Mädchen war zufrieden nun so komm und trage mir ein Bündel Pfaffenholz je mehr Vorrat ich habe desto besser ist's damit begann er Ast um Ast von ihrem Strauch zu schneiden und dem Kinde aufzubürden sodass dieses wie ein wandelnder Strauch hinter ihm dreinschritt ohne Aufenthalt ging es nun durch das totenstille Dorf dem Walde zu wer bist du denn eigentlich fragte das Mädchen nachdem sie ein Weilchen schweigend hinter ihrem Führer dreingerannt war der Schuster vom Mond du Nase weiß entgegnete das Männlein weshalb sollte mir sonst einfallen zu euch hinabzusteigen und Pfaffenhölzer zu pflücken Machst du denn Schuhe aus Holz? Schuhe nicht, aber Schuhzwecken du Dummkopf Ja, gibt es denn bei euch kein Holz? Nein, weder Bäume noch Sträucher noch Felder wie bei euch brummte der Zwerg Ja, wovon lebt ihr denn da? fragte das Kind in plötzlicher heißer Sorge um sein Heinzel das Schustermännchen zog seinen breiten Mund noch ein wenig breiter dann griff es mit der faltigen Hand in die Tasche klapperte ein Weilchen darin herum und brachte dann ein Häufchen erbsengroßer Körner hervor die blanken Hagelstücken glichen Versuch einmal sagte er indem er einige dem Mädchen reichte und selbst eins zwischen seinen spitzen blitzenden Zähnen zerbiss die Körner waren süß und fein und Lorle die wußte wie gern ihr Brüderchen Zuckerwerk schläckte lächelte da sie ihn so wohl versorgt wußte in stiller froher Erwartung ging sie nun hinter dem putzigen kleinen Führer drein der seine Beinchen so flink zu bewegen wußte das Lorle Mühe hatte es ihm gleich zu tun obgleich sie fast doppelt so groß war als er endlich als der Wald der sich stundenweit hinzog schon Licht zu werden begann hielt der Mondschuster vor einer großen einsam zwischen niederem Fichtengestrüpp emporragenden Kiefer still warte hier sagte er zu dem Mädchen das mit heißen Backen und fliegendem Atem dastand und nun zusah wie das Männchen schnell und sicher am Stamm empor kletterte und sich auf den Rand eines in der Krone hangenden riesigen Nestes stellte aus dessen Innern sich alsbald der Kopf eines mächtigen Vogels mit roten Augen und großer Federkrause emporhob nur nicht faul greif trag mich sagte der Schuster was zahlst du mir heute krächzte der Vogel ein paar Silberstiefel für deinen Nestling entgegnete der Kleine indem er ein paar Schuhe unter dem Schurzfell hervorzog die für den kleinsten Menschen noch viel zu winzig gewesen wären der Vogel nahm die Schüchen in den Schnabel und betrachtete sie von allen Seiten dann ließ er sie ins Nest fallen nickte ließ den Schuster auf seinem Rücken behaglich Platz nehmen und probierte seine Schwingen da unten wartet noch eine die mitreisen will sagte der kleine Reiter auf Lorle deutend ich zahle dir ein paar Holzpantoffel wenn du sie mitnimmst denn umsonst tust du's ja doch nicht das lässt sich hören meinte der Greif und ließ sich vor dem erschreckten Kinde nieder der Kleine winkte sie dachte an das Brüderchen und so stieg sie den klopfenden Herzens auf das seltsame Reittier ganz voll von freudiger Erwartung des Wiedersehens als sie kaum die Arme um den Hals des großen Vogels geschlungen hatte hob sich dieser auch schon empor erst langsam und schwerfällig mit flatternden Flügelschlägen dann schneller und schneller bis endlich die Wiesen Häuser und Wälder die anfangs klein wie einer Spielzeugschachtel entnommen vor den Augen des Kindes gelegen hatten unter ihm zu verschwimmen begannen endlich sah sie gar nichts mehr nur der blasse blaue Mondnebel der die Spätsommerluft erfüllte umwallte sie sie schloss die Augen und legte ihre Wange fest an den weich befiederten Hals des Vogels da vergingen ihr die Sinne als ob sie einschliefe wie lange der Flug nun von der Erde bis zum Monde gedauert hat das Lorle nie erfahren sie kam erst wieder zu sich als des Schusters unfreundliches steig ab ihr in die Ohren gelte da hielt das Flügelroß vor einem kleinen aus Silber schimmernden Steinen aufgeführten Haus hinter dessen blitzenden Scheiben ein schmales, neugieriges Kindergesicht hervorlugte Heinze Heinze jubelte die Kleine im Kopf war ihr es mit einem Male wieder klar sie schwang sich vom Rücken des Vogels herunter und eilte die Stufen hinan die zu der zierlichen Eingangstür führten aber die Tür gab nicht nach als sie sie zu öffnen versuchte glaubst du ich lass mein Haus offen stehen dass der Gesell entwischen könnt? murmelte der Schuster indem er ein feingedrehtes Schlüsselchen aus der Tasche zog als das Schloss aufsprang fielen sich die beiden Kleinen jubelnd in die Arme sie sprachen beide lange kein Wort sondern schluchzten nur lachten, küssten und streichelten einander der Schuster stand daneben und zankte über das törichte Getue aber die armen Kinder hörten es gar nicht vor lauter Glück da schwieg er endlich murrte nur noch ein wenig und ging in das Stübchen um die versprochenen Pantoffel zu suchen weil der Vogel draußen unruhig zu krächzen begann lass den Greif gleich warten er kann uns wieder mit hinunternehmen sagte das Lorle als es hörte wie der kleine Mann den Vogel ablohnte und ihm glückliche Reise wünschte da lachte der Schuster und auch der Vogel stieß ein sonderbares Krächzen aus das sich ungefähr wie Gelächter anhörte nickte dann dem Schuster zu schwang sich mit ausgebreiteten Schwingen empor und flog darauf von dannen wie sollen wir denn nun nach Hause kommen brachte das erschrockene Mädchen unter Tränen hervor gar nicht eiferte der Zwerg denkst du ich finde meine Pantoffel auf der Gasse dass ich sie dem Greif als Bezahlung für dich gebe um dich dann wieder freizulassen ihr seid jetzt beide meine Gesellen der Junge hämmert und zieht den Draht und du mit deinen spitzen Fingern kannst Zwecken schnitzen dazu ist er doch zu ungeschickt das war eine schlimme Antwort die Kinder erschraken nicht wenig das Männchen aber rückte einen zweiten Schusterschemel zu dem kleinen Arbeitstisch auf dem neben niedlichen silbernen Handwerkszeug weiß schimmerndes Leder und feines Seidenzeug aufgehäuft lag breitete dann das frische Pfaffenholz in der Ofenröhre aus und flankte Getrocknetes hervor das er auf das Tischchen vor Lorle legte sie musste sich gleich hinsetzen und unter seiner Aufsicht Zwecken schnitzen wobei er sie zuweilen heftig auf die Finger schlug wenn sie zitterte und die Sache nicht machte wie er es haben wollte auch dem Heinze ließ er nicht Ruhe bis er wieder zu dem angefangenen Schüchen griff in dessen weiche Seide er die kleinen silberblanken Schnürösen einschlug Tag für Tag saßen nun die Kinder in ihrem Arbeitswinkel während das böse Männlein das sonst die ganze Arbeit selbst zu tun hatte zankend und kneifend dabei stand und sie unterwies oder die fertigen Schuhchen an Ort und Stelle trug hatte er dann beim Fortgehen die Haustür fest hinter sich zugeschlossen so legten die verschüchterten Kinder für einen Augenblick Hammer und Draht beiseite schmiegten sich aneinander und küßten sich zum Trost für all das Leid das sie erfuhren klapperte dann aber ihr kleiner Hammer wieder auf den Sohlen so klangen leise scheue Hoffnungsworte dazwischen vom Wiedersehen mit den Eltern auf der fernen Erde die des Nachts wie eine große leuchtende Sonne am Mondhimmel stand so ging die Zeit in traurigem Einerlei dahin und die Kleinen hätten von der Welt nichts gehört und gesehen wenn nicht zuweilen einer der Mondleute in die Hütte gekommen wäre um sich Schuhe anmessen zu lassen und die zwei fremden Gesellen anzustaunen die im Vergleich zu ihrer eigenen Zierlichkeit groß und plump erschienen aus dem Geplauder der Kunden erfuhren dann die Kinder auch gar manches über das Leben auf dem Monde der war nicht weit und breit bewohnt wie unsere schöne fruchtbare Erde seine Oberfläche bedeckten kahle, öde, seltsam gezackte Felsgebirge zwischen denen schaurige, stille, dunkle Täler und steinige Ebenen sich dehnten kein rauschender Wald überkleidete die schroffen strengen Formen der Berge weder lichtgrüne, bunt durchstickte Wiesen noch freundliche Rebengärten bedeckten die Hänge und die Täler kein Vogelgesang, kein Tierruf, kein Menschenschritt erscholl alles war schaurig still glanzlos, freudlos und unbelebt denn es fehlte das eine, was unsere Erde nährt und erquickt und zu einem so wechselvollen, schönen, lust- und farbenreichen Aufenthalt macht das Wasser weder Meere noch Flüsse noch Seen gab es auf dem Mond kein Regentropfen fiel vom Himmel auf ihn nieder und kein Tau netzte den ewig starren, unfruchtbaren Boden nur eine einzige Stelle gab es auf dem ganzen großen Gestirn wo ein hellglänzender Zauberquell der trockenen, rissigen Steinrinde entquoll rings um diesen köstlichen, lebensspendenden Quell war nun ein winziges und emsiges Völkchen erblüht das einen kleinen, von einem silberhaarigen König beherrschten Staat bildete dieser umfasste nicht mehr als sechs Straßen die wie sechs Strahlen von einem runden Platz ausgingen in dessen Mitte sich das aus zartem, durchsichtigem, bläulichem Gestein erbaute mit sieben schlanken Türmen geschmückte Schloss erhob vor dessen breiter Freitreppe der in silber gefasste Quell sprudelte jeder der niedlichen Staatsbewohner hatte sein Amt und seine Pflichten denn da es im Ganzen nur ein paar hundert Untertanen dieses Reiches gab so musste einer dem anderen dienen, um das Ganze im Gange zu erhalten da gab es für jedes Handwerk nur einen Meister einen Bäcker, der die süßen Kügelchen, von denen die Leute lebten, bug einen Steinmetz, der die Schränke und Bänke aus Erz und Gestein zu bilden wusste einen Töpfer, der die niedlichsten Gefäßchen formte einen Silberschmied, einen Schneider, einen Schuster der also eine sehr wichtige Person im Staate war denn die kleinen Mondleute waren geeitel und hielten etwas auf feines Schuhwerk sie hatten alle ihren Teil bezahlt, um dem Schuster eine lange Leiter die sich ineinander schieben und ausziehen ließ kunstvoll aus Silbererz schmieden zu lassen mit der er sich die Pfaffenhölzer von der Erde holen konnte um die Schuhe fest und dauerhaft zu zwecken nun hatte der ungeschickte Heinzel, als er einmal zu entfliehen versuchte das zarte Leiterchen zerbrochen und den größten Teil in den großen, leeren Raum fallen lassen, der sich zwischen Himmel und Erde ausdehnte deshalb sahen die Mondleute immer gar grimmig nach dem Bürschchen hin sie hatten nun eine neue Leiter bestellen müssen, die sie gar viel kostete die Reise auf dem Rücken des Vogelgreifs war dem Schuster nur selten gestattet denn der Riesengeselle war eigentlich auf der Sonne daheim und flog nur alle zehn Jahre auf einer großen Rundreise um die Welt über Mond und Erde hinweg hätten die Mondleute in traurigen Menschenkindergesichtern zu lesen verstanden so hätten sie dem Knaben das Zerbrechen der Mondtreppe trotz alledem verziehen, denn der Ausdruck seiner blassen Züge war elend und jämmerlich geworden auch das Lorle wurde trotz der süßen Nahrung von Tag zu Tag blässer und schmäler als die Kinder fast ein Jahr lang auf dem Monde vertrauert hatten gab es große Aufregung im kleinen Königreich die junge Prinzessin, von der die Mondleute immer viel Gutes zu erzählen wussten sollte mit ihrem Vetter, dem alle die reichen Silbergruben auf dem Monde gehörten Hochzeit halten Der war ein schöner schmucker Herr der nicht zu stolz war um sich selbst zu weilen in der niedrigen Schusterstube sehen zu lassen und über die Anfertigung der hohen, mit faltigen Schäften und glänzenden Stulpen versehenen Stiefel die er zu tragen pflegte, seine Befehle zu erteilen Die Kinder lauschten stets entzückt auf, wenn sie von all dem Glanze von den kostbaren silbernen Tischen, Stühlen und Betten von den Silberstoffen, Silberblumen und den silbernen Kleinodien hörten die der reiche junge Herr seinem Bräutchen geschenkt hatte Es fehlte ihr nichts mehr als ein paar silberne Brautschuhchen und diese bestellte sich das Prinzesschen selbst bei dem alten, grämlichen Schuster dessen Stube von dem herrlichen Schimmer ihres mit Gold und Edelsteinen gestickten Gewandes ihres flimmernden Schleiers und ihres reichen Schmuckes wie von strahlendem Lichte erhellt wurde Nun wollte es aber das Glück, dass der Schuster an einem schrecklichen Schnupfen zu Bette lag Da er aus den geschwollenen Augenlidern heraus die Zahlen auf seinem Zollmaß nicht erkennen konnte so musste Heinzel vor der reizenden Prinzessin niederknien und das feine Füßchen das unter dem Spitzenrande ihres silbernen Florkleidchens hervorschaute der Länge und Breite nach messen Nun nehmt euch zusammen, Gesellen, dass ihr mir etwas Kostbares, einzig Feines zustande bringt Drohte der Schuster, als das Königskind samt seinem Hofstaat wieder davon gerauscht war Er stand auf und wollte eine Handvoll trockener Zweckenhölzer aus dem Ofenrohr langen Aber siehe da, die letzten Hölzer, die noch darin gelegen, waren am Morgen zu Staub und Asche gebrannt Da der Schuster, um seinen Schnupfen zu kurieren, ein fürchterliches Feuer angesteckt hatte Nun war guter Rat teuer Die Schuhchen mussten bis zum anderen Abend abgeliefert sein Und der Schuster konnte, ob schon die neue Leiter seit drei Tagen fertig war Doch nicht auf die Erde hinabsteigen und seine Schnupfnase der kühlen Zugluft, die durch den Weltraum wehte, aussetzen So musste er es wohl oder übel zugeben, als das Lorle sich anbot, die Zweige zu holen Sie musste heilig versprechen, sofort wiederzukehren Und als sicheres Pfand behielt sich das schlaue Männchen ja ohne dies den Heinzel zurück Seine Nachbarn, die selbst viel zu furchtsam waren, um die gefährliche Reise anzutreten Legten die Leiter droben an, sodass ihre Endung richtig inmitten der Waldwiese aufschlug Und schauten dem herabsteigenden kleinen Mädchen nach, bis es im Nebel ihren Blicken entschwunden war Das Lorle wäre vor Entzücken beinahe von der Treppe hinabgestürzt Als sie nach langem Abwärtstrippeln, plötzlich zwischen hell betauten Tannenspitzen Die perlende Grasfläche der lieben bekannten Waldwiese vor sich sah Drunten im feuchten Gras fiel sie laut aufschluchzend vor Glück und Leid auf die Knie Die Sehnsucht nach der alten, seligen Zeit im trauten Vaterhaus kam ihr ans heiße Herz Sie vergaß die Leiter und die Pfaffenhölzer und rief nur immer Vater, Mutter, Vater, Mutter Laut und inbrünstig in die stille Nacht hinein Da geschah plötzlich etwas ganz Unerwartetes Ein paar starke Arme hoben das weinende Kind aus dem Gras empor Und liebebekannte Stimmen jubelten Sie ist es, sie ist es, das Lorle, unser gutes, liebes Kind Das gab nun ein schnelles, frohes Erzählen und Verstehen Die Glöcknersleute waren, wie schon so oft von Sehnsucht und Hoffnung getrieben Gerade wieder des Spätabends auf die Waldwiese hinausgeeilt Um doch vielleicht endlich eine Spur ihrer Kinder zu finden Nach so vielem vergeblichen Suchen und so zahlreichen Enttäuschungen War nun heute ihre Hoffnung erfüllt worden Das war ein Jubel mitten in der schweigenden, nebelfeuchten Herbstmondnacht Lorle berichtete schluchzend, was sie mit dem armen, kleinen Heinz auf dem Monde erlebt hatte Als sie nun auch ihr Versprechen erwähnen musste, heute noch mit dem Pfaffenhölzern heimzukehren, sagte der Vater Würde mich denn das Trepplein auch tragen, Kind? Du musst's probieren, antwortete die Kleine Er tat es, und die Treppe hielt wirklich Ei, sagte der Vater lustig Ich komme mit Wir wollen dem Schlingel von Mondschuster eine mächtige Rute aus dem Pfaffenholzgebüsch binden und hinauftragen Das wird ihm wohl den Schnupfen vertreiben Und wie er's gesagt hatte, tat er's auch Er stieg mit einem tüchtigen Büschel und seinem wiedergefundenen Kinder auf dem Arm Richtig das lange Treppchen bis zum Monde empor Stieß drobengleich die gebrechliche Tür des Schusterhäuschens mit seinem derben Stiefel ein Und zählte dem verschnupften Schuster, der am ganzen Körper vor Schreck zitternd dastand Fünfundzwanzig kräftige Hieber auf Der Schuster jammerte, dass man es im ganzen Königreiche hörte Aber niemand wagte ihm zu Hilfe zu eilen Da nahm der Vater die jubelnden Lieblinge auf den Arm Und als er das Treppchen erreicht hatte, jubelte er leicht auf Und stieg dann so rasch als er konnte mit ihnen wieder nach der Waldwiese hinab Wo die Mutter schon lange ihre harrte Als die drei ziemlich unten angelangt waren, hörten sie ein heftiges Kreischen über sich in den Lüften Das waren die Mondleute, die der Schuster zusammengerufen hatte Und die nun den flüchtigen Gesellen nachsetzten Voran trampelte der Mondschuster so arg in seinem Zorn, dass die Leiter zerbrach Als der Glöckner gerade den Fuß auf die Erde setzte Ein gutes Teil fiel quer über die Waldwiese Der Glöckner aber zerschlug die Stücke und Sprossen und gewann einen ganzen Sack voll Silber Für den er sich später ein schönes, großes Landgut mit Äckern und Wiesen, Pferden und Kühen erhandelte Wohin der andere Teil der Leiter gefallen ist, weiß niemand Jedenfalls ist er mitsamt dem bösen Schuster in den großen Spalt zwischen Himmel und Erde hineingepurzelt Denn seit jener Zeit ist niemand wieder vom Mond auf die Erde gekommen, um Pfaffenhölzer zu Schuhzwecken zu holen Das Mondprinzesschen aber musste gewiss in Schlafpantoffeln zur Hochzeit gehen Vom Geburtstag und dem Schatzhäusermännlein Von Paula Demel Gestern hatte ich Geburtstag Elf rote Lichterchen brannten um ein großes Weißes herum Es war ganz feierlich Liene hat mir einen schönen Kuchen gebacken Mit Schokoladenstreifen drin Den esse ich am liebsten Ein niedliches grün- und weißgestreiftes Kleid habe ich auch bekommen Und zwei Bücher Haufsmärchen Und grubes Geschichtsbilder Nach dem Kaffee durfte ich drin lesen Das Märchen Das kalte Herz Von dem Peter und dem Schatzhäusermännlein Ist sehr schön Und weil ich doch auch ein Sonntagskind bin Habe ich mich gleich mit dem Schatzhäusermännlein angefreundet Und er hat mich mit in seinen Tannenwald genommen Da war's ganz still Hohe dunkle Tannenbäume standen da Und rauschten leise Sie haben gewiss auch ihre Sprache Wir verstehen sie bloß nicht Unten wuchsen lauter Farnkräuter Die waren fast so hoch wie das Männlein und ich Er hatte ein braunes Kittelchen an Und Sandalen Und fasste mich an der Hand und ging mit mir einen schmalen Weg entlang Ein großer Hirschkäfer kam gerade auf uns zugelaufen Er humpelte sehr Er hatte sich ein Beinchen gebrochen Das Männlein nahm gleich Salbe aus der Tasche und bestrich die Wunde damit Da konnte das Tierchen wieder ordentlich laufen Das war doch nett Bist du müde, Sengine? Fragte der Schatzhäuser Ja, ein bisschen Sagte ich Da pfiff das Männlein auf zwei Fingern Wie die Dorfjungens bei uns zu Hause Und gleich kam ein weißer Hirsch angelaufen Mit einer schönen roten Schabracke Und vielen silbernen Klingeln dran Eigentlich gehört er der Elfenkönigin Sagte der Schatzhäuser Aber wir sind sehr befreundet Da borgt sie mir ihren Springfuß manchmal Wenn ich Sonntagskinderbesuch habe Und er half mir auf den Hirschklettern Hey, das war ein feines Spitzenreiten Um das Geweih hing eine goldene Kette Daran konnte ich mich festhalten Und die Glöckchen machten eine feine Musik dazu Bergauf und bergab ging es Ein ganzes Stück in den Wald hinein Der Schatzhäuser hatte ein Säckchen auf der Schulter Mit allerlei Gutem drin für die Tiere Wilde Kaninchen und Wiese Marder und Eichhörnchen Alle kamen zutraulich zu uns hergelaufen Und holten sich einen Leckerbissen Oder ließen sich von dem guten Männlein kurieren Nun wollen wir frühstücken Sagte der Und ich rutschte von dem Hirsch herunter Und setzte mich neben ihn auf eine lange Baumwurzel Die war grad so wie eine Bank Springfuß aber schüttelte seine Glöckchen Und lief in den Wald zu seiner Königin zurück Nun pfiff das Männlein wieder Aber viel leiser und feiner als das erste Mal Gleich kamen viele Blumenkinderchen über die Wiese hergegangen Blaue Glocken und Anemonen Ehrenpreis und Tausendschönchen Wicken und Winden Sie trugen in den Händchen Blätterkörbe mit reifen Beeren Das leuchtete und duftete nur so Sie sangen ein leises Waldliedchen Und stellten die Körbchen dem Männlein und mir auf den Schoß Himbeeren und Erdbeeren Blaubeeren und Brombeeren waren darin So schöne hatte ich noch nie gegessen Jetzt kommt mein Geburtstagsgeschenk Sagte der Schatzhäuser und klatschte in die Hände Da fingen die Blumenkinderchen an zu tanzen Im Kreise und zu zweien Links herum und rechts herum Sie hoben im Takt ihre Röckchen und neigten sich und knicksten Und führten einen allerliebsten Tanz auf Die anderen Blumen standen still hinter ihnen Und sangen ein feines Tanzlied Wie schön war das alles Das ist ein liebes Geburtstagsgeschenk Sagte ich Ich danke dir gutes Männlein Nun will ich dir aber meine Waldschule zeigen Sagte der Schatzhäuser Eine Schule? Fragte ich Was willst du denn hier mitten im Walde mit einer Schule? Das sollst du gleich sehen, kleine Neugier Lachte das Männlein Und schloss die Tür zu einem niedlichen Borkenhäuschen auf Das stand mitten auf einer großen Wiese Und ein paar Häschen sprangen darauf herum Und schlugen Purzelbäume Hier ist zuerst meine Webeklasse Sagte der Schatzhäuser Und winkte mir in das erste Zimmer Viele kleine Spinnen hockten da in den Ecken Und mühten sich ab Netze zu weben Große Netze und kleine Netze Dicke und dünne Ganz verschieden sahen die aus Eine große Kreuzspinne war die Lehrerin Und wenn es die Kleinen nicht gleich richtig machten Und wenn es die Kleinen nicht gleich richtig machten Mussten sie wieder von vorn anfangen Das machte mir viel Spaß Und ich sah eine ganze Weile zu Das guckst du ihnen doch nicht ab Lachte der Schatzhäuser Komm nur weiter In der nächsten Stube war großes Gepiepse und Gelärme Wohl hundert kleine Singvögel flogen da herum Oder saßen auf Stangen Alle konnten sie noch nicht ordentlich singen Und lernten nun bei einer alten Amsel Die übte ganz geduldig Lieder mit ihnen ein Allein und im Chor Das war zu lustig Am liebsten hätte ich auch mit gepfiffen Aber lernen die Vögelchen und die Spindchen das alles nicht viel besser bei ihren Eltern? Fragte ich das Männlein Natürlich! Sagte der Aber es sind auch bei den Tieren recht unbegabte Kinder Die kommen mit ihren Geschwistern nicht mit Auch gibt es immer welche, die haben ihre Eltern zu früh verloren Die lasse ich hier alles schön lernen Nester bauen gehört auch zum Unterricht Das ist sehr wichtig, wie du dir denken kannst Und nun guck mal hier Wir kamen in eine große Stube Da kribbelte es von jungen Häschen und Kitzchen und Hirschkälbchen Das sind auch alles kleine Waisenkinder Sagte das Männlein Und er gab mir ein Milchfläschchen in die Hand Gleich kamen die Tierchen angelaufen Und jedes wollte gern trinken Ich suchte mir ein niedliches kleines Kitzchen aus Und freute mich, wie es sog und schluckte Die anderen Tierchen brauchten auch nicht bloß zuzusehen Sie bekamen Milch und Salatblätter Kräuter oder feines Gras Alle schnupperten und drängten sich um das gute Männlein So, nun habt ihr genug Sagte der und schloss eine Nebentür auf Da lagen ein paar winzig kleine Füchslein auf Stroh Und blinzelten uns klug an Das ist ne wilde junge Gesellschaft Lachte der Schatzhäuser Darum haben sie ihr apartes Zimmer Manchmal habe ich auch Luchschen Marder und Wieselkinder hier Gerade wie es kommt Und er nahm etwas Fleisch aus einem Spinde Und verteilte es unter die Tierkinder Die lustig danach schnappten Ach, Schatzhäuser Sagte ich Ich möchte wohl länger bei dir bleiben Und mit deinen lieben Tieren und den Blumenkindern spielen Und ihr helfen und ihnen Futter geben Es ist alles so lieb hier Da wurde das Männlein ganz ernst und sagte Nein, hier kann ich keine Menschen gebrauchen Die würden mich bloß stören Nur manchmal lass ich ein Sonntagskind Und, wie du eins bist, ein bisschen hereingucken Aber wenn du mir helfen willst, kannst du das doch tun Du brauchst bloß immer gut und sorglich mit den Waldtieren umgehen Und den Vögeln im Winter Futter streuen Dann wird der Schatzhäuser immer gern an dich denken Und dabei legte er seine Hand auf meinen Kopf Und ich saß wieder auf meinem Stuhl in der Geburtstagsstube Und hatte das Märchenbuch Auf dem Schoß Das Heinzelmännchen bei dem Krämer Von Hans Christian Andersen Es war einmal ein richtiger Student Der wohnte in einer Dachkammer Und ihm gehörte gar nichts Es war aber auch einmal ein richtiger Krämer Der wohnte zu ebener Erde Und ihm gehörte das ganze Haus Zu ihm hielt sich das Heinzelmännchen Denn beim Krämer gab es jeden Weihnachtsabend Eine Schüssel voll Grützbrei Mit einem großen Klumpen Butter mitten darin Das konnte der Krämer ganz gut geben Darum blieb das Heinzelmännchen im Krämerladen Und das war sehr lehrreich Eines Abends trat der Student durch die Hintertür ein Um selbst Licht und Käse zu kaufen Er hatte niemand zu schicken Darum ging er selbst Er bekam was er wünschte Bezahlte es Und der Krämer und auch dessen Frau Nickten ihm einen guten Abend zu Das war eine Frau Die mehr konnte als mit dem Kopfe nicken Sie hatte Rednergabe Der Student nickte ebenfalls Blieb aber auf einmal stehen Und zwar indem er den Bogen Papier las In den der Käse eingewickelt war Es war ein Blatt Herausgerissen aus einem alten Buche Das eigentlich nicht hätte zerrissen werden sollen Denn es war ein Buch voller Poesie Da liegt noch mehr von derselben Art Sagte der Krämer Ich habe einer alten Frau ein paar Kaffeebohnen für das Buch gegeben Wollen sie mir zwei Groschen bezahlen So sollen sie den ganzen Rest haben Ja Sagte der Student Geben sie mir das Buch für den Käse Ich kann mein Butterbrot ohne Käse essen Es wäre ja eine Sünde wenn das Buch ganz und gar zerrissen werden sollte Sie sind ein prächtiger Mann Ein praktischer Mann Aber auf Poesie verstehen sie sich ebenso wenig wie die Tonne da Und das war unartig gesprochen Namentlich gegen die Tonne Aber der Krämer lachte Und der Student lachte auch Es war ja nur aus Spaß gesagt Aber das Heinzelmännchen ärgerte sich Dass man einem Krämer Der Hauswirt war und die beste Butter verkaufte Dergleichen Dinge zu sagen wagte In der Nacht als der Laden geschlossen war Und alle zur Ruhe gegangen waren Nur der Student nicht Trat das Heinzelmännchen hervor Ging in die Schlafstube Und nahm der Hausfrau das Mundwerk weg Das brauchte sie nicht wenn sie schlief Und wo er das einem Gegenstande in der Stube aufsetzte Bekam dieser Stimme und Rede Und sprach seine Gedanken und seine Gefühle Ebenso gut aus wie die Hausfrau Aber nur ein Gegenstand nach dem anderen konnte es benutzen Und das war eine Wohltat Sie hätten sonst durcheinander gesprochen Das Heinzelmännchen legte das Mundwerk auf die Tonne In der die alten Zeitungen lagen Ist es wirklich wahr? Fragte es Dass sie nicht wissen was Poesie ist? Freilich weiß ich es Antwortete die Tonne Poesie ist so etwas Was immer unten in den Zeitungen steht Und manchmal herausgeschnitten wird Ich möchte behaupten ich habe mehr in mir als der Student Und ich bin doch nur eine geringe Tonne gegen den Krämer Und das Heinzelmännchen setzte der Kaffeemühle das Mundwerk auf Nein, wie die ging Und es setzte es dem Butterfasse und dem Geldkasten auf Alle waren sie derselben Ansicht wie die Tonne Und das, worüber die Mehrzahl einig ist, das muss man anerkennen Jetzt werde ich's aber dem Studenten sagen Und mit diesen Worten stieg es leise die Hintertreppe zur Dachkammer hinauf Wo der Student wohnte Der Student hatte noch Licht Und das Heinzelmännchen guckte durch das Schlüsselloch und sah Wie er in dem zerrissenen Buche las, das er unten im Laden geholt hatte Aber wie hell war es bei ihm drinnen Aus dem Buche hervor drang ein heller Strahl Der wuchs zu einem Stammer Und allmählich zu einem mächtigen Baume empor Der sich erhob und seine Zweige über den Studenten ausbreitete Jedes Blatt war frisch Und jede Blume war ein schöner Mädchenkopf Einige mit Augen, dunkel und strahlend Andere mit wunderbar blauen und klaren Jede Frucht war ein glänzender Stern Und es sang und klang im Zimmer des Studenten Nein, eine solche Pracht hatte das kleine Heinzelmännchen noch nie erträumt Geschweige denn gesehen und vernommen Es blieb auf den Fußspitzen stehen und guckte und guckte Bis das Licht in der Dachkammer erlosch Der Student blies es wahrscheinlich aus und ging zu Bett Aber das Heinzelmännchen blieb doch stehen Denn der Gesang ertönte noch immer sanft und herrlich Als schönes Schlummerlied des Studenten, der sich zur Ruhe niedergelegt hatte Hier ist es doch unvergleichlich, sagte das Heinzelmännchen Das hätte ich nicht erwartet Ich möchte bei dem Studenten bleiben Es sang darüber nach Und es war ein vernünftiges Männchen Es seufzte Der Student hat keinen Brei Und darauf ging es wieder zum Krämer hinab Und es war sehr gut, dass es endlich dahin zurückkehrte Denn die Tonne hatte das Mundwerk der Frau fast ganz verbraucht Es hatte nämlich schon alles, was in seinem Innern wohnte Von einer Seite ausgesprochen Und stand gerade im Begriff sich umzukehren Um das gleiche von der anderen Seite zum Besten zu geben Als das Heinzelmännchen eintrat und das Mundwerk wieder der Krämerin anlegte Aber der ganze Laden Vom Goldkasten bis auf das Streichholz herab Bildete von der Zeit an seine Ansichten nach der Tonne Und alle zollten ihr dermaßen Achtung und trauten ihr so viel zu Dass sie fest glaubten Wenn später der Krämer die Kunst und Theaterkritiken aus seiner Zeitung abends vorlas Das käme aus der Tonne Das Heinzelmännchen saß nicht länger ruhig Der Weisheit und dem vielen Verstande da unten lauschend Nein, sobald das Licht des Abends von der Dachkammer herabschimmerte Wurde ihm zumute, als wären die Strahlen starke Ankertauer, die es hinaufzogen Und es musste hin und durchs Schlüsselloch gucken Da umbrauste es ein Gefühl der Größe Wie wir es empfinden an dem ewig rollenden Meer Wenn Gott im Sturme darüber hinfährt Und es brach in Tränen aus Es wusste selbst nicht, warum es weinte Aber ein eigenes, gar wohltuendes Gefühl Mischte sich mit seinen Tränen Wie wunderlich herrlich musste es sein Mit dem Studenten zusammen unter jenem Baume zu sitzen Allein das konnte nicht geschehen Und darum war es zufrieden und froh an seinem Schlüsselloch Und als der Herbstwind durch die Bodenluke hereinblies Stand das Heinzelmännchen noch immer abends auf dem kalten Flur Es war bitterlich kalt Doch das empfand der Kleine erst, wenn das Licht in der Dachkammer erlosch Und die Töne im Walde dahin starben Uhhh Dann fror es Und es kroch wieder hinab in seinen warmen Winkel Da war es gemütlich und behaglich Und als Weihnachten herankam Und mit ihm der Brei mit dem großen Klumpen Butter Ja, da war der Krämer Meister Aber mitten in der Nacht erwachte das Heinzelmännchen Durch einen schrecklichen Lärm Die Leute schlugen mit Gewalt gegen die Fensterscheiben Der Nachtwächter tutete Eine große Feuerbrunst war ausgebrochen Die ganze Stadt stand in Flammen War es im Hause selbst oder bei den Nachbarn? Wo war es? Das Entsetzen war groß Die Krämerfrau wurde dermaßen verdutzt Dass sie ihre goldenen Ohrringe aus den Ohren löste Und sie in die Tasche steckte, um doch etwas zu retten Der Krämer rannte nach seinen Staatspapieren Und die Magd nach ihrem schwarzseidenen Umhang Denn einen solchen erlaubten ihr ihre Mittel Jeder wollte das Beste retten Und das wollte das Heinzelmännchen auch In wenigen Sprüngen eilte es die Treppe hinan Und in die Kammer des Studenten hinein Der ganz ruhig am offenen Fenster stand Und das Feuer betrachtete Das im Hause des Nachbars gegenüber wütete Das Heinzelmännchen ergriff das auf dem Tisch liegende Buch Steckte es in seine rote Mütze Und umklammerte diese mit beiden Händen Der beste Schatz des Hauses war gerettet Und nun eilte es auf und davon Ganz auf das Dach hinaus Auf den Schornstein Da saß es Beleuchtet von den Flammen des gegenüber brennenden Hauses Beide Hände fest um seine rote Mütze gepresst In der der Schatz lag Und jetzt erkannte es die wahre Neigung seines Herzens Wusste, wem es eigentlich gehörte Allein als das Feuer gelöscht Und das Heinzelmännchen wieder zur Besinnung gekommen war Ja Ich will mich zwischen beide teilen Sagte es Dann hat jedes von mir etwas Denn das geht doch nicht Ich kann den Krämer nicht ganz aufgeben Wegen des Krützpreis Und das war ganz menschlich gesprochen Und wenn wir uns ehrlich eingestehen Dann müssen wir zugeben Dass es nun einmal so in der Welt ist Wir anderen gehen auch zum Krämer Des Krützpreis Wegen Die Wichtelmännchen Essgern Lachgern und Träumgern Und die Springbrunnenfee Von Hilda Bergmann Am Waldrand Unweit des alten Springbrunnens War über Nacht ein Schirmpilz aus der Erde geschossen Ein großer, stattlicher, breithutiger Schirmpilz Er stand neben einer Gesellschaft Violetter Waldglockenblumen Und bot in seinem Umkreis Schutz vor den Sonnenstrahlen Ei, welch schönes, schattiges Plätzchen Sagte eine Stimme aus dem Grase Und ein Wichtelmännchen mit Schusterschürze und Schusterwerkzeug kam herbei Gut zum Ausruhen Gut zum Ausruhen Brummte ein zweites mit dickem Vollmondgesichte und streckte sich neben seinem Kameraden ins Moos Gut zum Träumen Gut zum Träumen Meinte ein drittes und nahm neben den anderen Platz Der lustige kleine Schuster hörte auf den Namen Lachgern Sein dicker Bruder wurde, was meint ihr wohl, warum? Esgern geheißen Der dritte Wichtelmann ward Träumgern genannt Von drüben kam das Geplätscher des alten Springbrunnens herüber Silbern und fein Ob wir nicht einmal die Springbrunnenfee erblicken werden? Nahm Träumgern das Wort und blickte nach dem Brunnen hinüber Der seine Strahlen in die Höhe warf und als Perlen wieder zurückfallen ließ Meine Mume, das Wurzelweiblein, hat mir oft von ihr erzählt Ein Kleid von gesponnenen Wassertropfen und aus gewebten Regenbogenfarben hat die Springbrunnenfee an Auf dem Kopfe trägt sie ein Krönlein von glitzerndem Wellenschaum Ihre Augen sind dunkel wie unergründliche Flut Ihr Mund plaudert so unermüdlich wie der alte Brunnen selbst Es müsste sehr schön sein, der Springbrunnenfee zu begegnen Unsinn, brummte Esgern und streckte sich im Grase aus Was sollte sie wohl mit uns beginnen? Und was fangen wir mit jemanden an, der zart und silbern ist Und uns am Ende gar unter den Händen zerfließt? Ach, wenn sie uns doch einen Wunsch tun ließe, den sie dann erfüllte! Sagte Lach gern und hörte auf zu hämmern Ich wüsste wohl, was ich mir wünschte Haha, lachte Esgern mit seiner tiefen Stimme Um Wünsche ist mir auch nicht bange Und zuallererst wünschte ich mir eine Schüssel großer, schöner Lachsforellen Knusprig gebraten, mit einem leckeren Brunnenkressensalat Für mein Leben gern esse ich Bratforellen mit Brunnenkressensalat Haha, natürlich etwas zum Essen Kicherte Lach gern Als ob du nicht ohnehin schon dick genug wärst Wenn es nach mir ginge, schenkte dir die Springbrunnenfee einen tüchtigen Nasenstüber Und mir eine Geschichte, denn Geschichten höre ich für mein Leben gern Träumgern schwieg und sah nach dem Brunnen hinüber Der stieg und fiel Na, du Träumer? Fragte Esgern und stieß das dritte Wichtelmännchen an Was wünschest du dir wohl, wenn uns jetzt die Springbrunnenfee erschiene? Ich wünschte mir nichts als einen wunderschönen Traum Erwiderte Träumgern Kann es etwas Schöneres geben als einen wunderschönen Traum? Jetzt lachten Esgern und Lach gern, dass ihnen die Tränen über die Wangen liefen Einen Traum wünscht er sich? Schrie Esgern Kann man einen Traum essen? Kann man einen Traum anfassen? Nein, so einen törichten Wichtelmann hat es noch nie gegeben Während sie so sprachen, war die Sonne hochgestiegen und warf ihre Strahlen senkrecht durch die Tannenwipfel zu Boden Das Moos duftete Die Nadeln strömten Harzgeruch aus, den Wald schläferte Auch die Vögel waren verstummt Das Lüftchen in den Zweigen war eingeschlafen Und die Hummeln nickten in den blühenden Kälchen ein Da schien es den drei Wichtelmännchen, als höre der alte Springbrunnen, mitten in seinem Geplauder auf Sie starrten hinüber, denn das war noch nie vorgekommen, solange sie den geschwätzigen Brunnen kannten Und wahrhaftig Die Spitzenschleier des Brunnens wurden dichter und dichter Eine Gestalt löste sich von ihm los Flimmernd von dem Lichte unzähliger farbiger Tropfen Eingehüllt in ein Kleid aus gesponnenem Silber und gewebten Regenbogenfarben Die Springbrunnenfee, riefen die Wichtelmännchen und jedes tat dabei im Innern seinen Wunsch Bratforellen mit Brunnenkressensalat, dachte es gern sehnsüchtig Eine schöne Geschichte, wünschte Lachgern Nur Träumgern dachte gar nichts, sondern sah mit offenen Augen die Fee an, die langsam näher kam Ein Hauch von Kühle verbreitete sich, als sie neben dem Schirmpilz stand Ihr habt mich herbeigewünscht, liebe Freunde, sagte sie mit lieblicher Stimme Und die klang wahrhaftig so silbern wie das Geplätscher des Springbrunnens Ich habe gerade ein Stündchen Zeit übrig, da bin ich gern zu Besuch gekommen Mein alter Brunnen wird sich so lange ohne mich behelfen Die Wichtelmännchen waren aufgesprungen und hatten der holzseligen Erscheinung unter dem Schirmpilze Platz gemacht Also eine hübsche Geschichte soll ich dir erzählen? Wandte sich die Fee an Lachgern Du wünschst dir gebratene Bachforellen? Lachte sie es gern an Und du verlangst einen wunderschönen Traum? Sagte sie zu Träumgern, der bis über die Ohren rot wurde Nun wohl, meine lieben Freunde, dann fangen wir gleich mit der Geschichte vom Fünkchen Lichterloh an Und die Fee erzählte den drei Wichtelmännchen, Essgern, Lachgern und Träumgern, die Geschichte vom Fünkchen Lichterloh Es war ein Fünkchen Lichterloh in einem Feuerlein Das sprang in einen Haufen Stroh Ei, sagte das Fünklein Lichterloh, im Stroh da brennt sich's fein Das Fünkchen wächst und wird gar groß in seinem Bündel Stroh Schon züngelt eine Flamme los, wie eine Fahne rot und bloß, und flackert Lichterloh Ich bin die Flamme Lichterloh, mich hungert nach viel mehr Verschlungen ist der Haufen Stroh Ich bin die Flamme Lichterloh, gebt mir die Scheune her Schon nach der Scheune leckt und droht, die Flamme nimmer satt Die Glocke wimmert, Feuersnot, die Luft ist grau, der Himmel rot Versenkt sind Baum und Blatt Da kommt die große Spritze an O Flamme, halte ein Schon pfaucht sie, das war wohlgetan Die unverschämte Flamme an und löscht den Feuerschein Nun blieb vom Fünklein Lichterloh nur Asche noch zurück Verbrannt war bloß der Haufen Stroh Wie waren alle Leute froh, das Wasser war ihr Glück Ja, das war eine sehr schöne Geschichte Sagte Lach gern und klatschte in die Hände Wie gut, dass die große Spritze die schlimme Flamme ausgelöscht hat Ich danke dir auch schön, liebe Springbrunnenfee Es ist große Feindschaft seit alter Zeit zwischen den Wasserläuten und den Feuerläuten erklärte die Fee Wo wir das gefräßige Fünklein treffen, löschen wir es aus Nur wenn wir ferner sind, breitet es sich aus Wird größer und größer und frisst am Ende das ganze Haus Noch während die Fee sprach, hatte Es gern die Nase gehoben und geschnuppert Hatschi Nieste er plötzlich und sah sich um Es war ihm ein feines und verlockendes Gerüchlein in die Nase gestiegen Und wahrhaftig Da lagen mit einem Male drei schöne, knusprig-braune Bachforellen vor ihm Umgeben von einem grünen Kränzlein Brunnenkressensalates Sie dufteten ihn so lieblich an, dass Es gern seinen Bart strich und sich mit Behagen über das leckere Gericht machte Ohne nach rechts und links zu sehen Und du, mein Freund? Klang jetzt die süße Stimme der Fee in des schweigsamen Träumgern Ohr Du willst doch einen wunderschönen Traum Der nie ein Ende nimmt Er widerte träumgern und sah der Fee in die unergründlichen Augen Da erhob sich diese, küßte den Wichtelmann auf die Stirne und sagte Ich gebe dir den schönsten, den ich habe Den Traum des Wassers Die Quelle wird dir ihn zuflüstern Der Regen erzählt ihn dir Das Tautröpflein kennt ihn Der Bach rauscht ihn dir zu Alles, was das Wasser träumt und erlebt Soll dir offenbar sein, nun und immer da Dies ist das Geschenk der Springbrunnenfee für dich Ein kühler Hauch ging durch die Luft Die Vögel regten ihre Flügel Die Hummeln flogen wieder summend von Blume zu Blume Das Lüftlein spielte mit den hohen Glockenblumen Die Sonne schickte schräge Strahlen auf die Waldlichtung Der Springbrunnen warf, als wäre nichts geschehen Die glitzernden Bälle seiner Wassertropfen in die Luft Und fing sie in seinem Becken wieder auf Dabei plätscherte er wie vor und je Als hätte er niemals eine Pause darin eintreten lassen Da hat mir gerade von einem herrlichen Gericht Forellen geträumt Gähnte es gern und setzte sich im Grase auf Wobei er merkte, dass er ein großes Huflattigblatt sorglich in Händen hielt Als wäre es eine Schüssel Aber das Blatt war leer und auch nicht ein Bröselchen Speise darauf zu erblicken Schade, murmelte es gern Und ich hatte es mir im Traum so gut schmecken lassen Da hat mir gerade eine Geschichte vom Fünklein Lichterloh geträumt Sagte Lach gern und suchte sein Handwerkzeug zusammen Um das winzige Stieflein fertig zu machen, das er in Arbeit hatte Ich hätte schwören mögen, dass die Springbrunnenfee da unter unserem Schirmpilz saß Und uns von der Flamme und der Feuerspritze erzählte Da kam die große Spritze an, o Flamme halte ein Und pfauchte, das war wohlgetan, die nimmersatte Flamme an Und löschte den Feuerschein Das kommt von der Hitze, brummte es gern und erhob sich Da hat man immer so lebhafte Träumer Träum gern sagte gar nichts Er fuhr mit der Hand nach der Stirn Wo er noch den kühlen Kuss der Springbrunnenfee zu spüren glaubte Und war zufrieden Denn er hatte ja seinen Wunder wunderschönen Traum Da kam das Geplätscher des Springbrunnens lauter an sein Ohr Und träum gern vernahm die Worte Ich steig und falle Ich fließe und walle Ich komme von Firnen mit silbernen Stirnen Und siehst du mich springen So hörst du mich singen Die schönsten Geschichten kann ich dir berichten Im Kelche des Taumäntelchens aber lag ein Wassertropfen und sprach Wassertropfen heiß ich Viele Dinge weiß ich Viele Tiere kenn ich Viele Blumen nenn ich Kann von ihren Seelen manches dir erzählen Da er kannte Träum gern dass es lautere Wahrheit sei Was die Springbrunnenfee ihm gesagt hatte Und dass er von nun an die Sprache des Wassers verstehen Und alle seine Geheimnisse erfahren würde Ja Das war freilich ein wundervolles Geschenk Und Träum gern saß ganz still und andächtig da Und horchte Inzwischen war es dunkel geworden Denn eine große Wolke war heraufgezogen Und ließ dicke Tropfen auf die Wiese fallen Die drei Wichtelmännchen unter ihrem Pilzschirm Saßen schön im Trocknen Und träum gern vernahm das Lied der Regentropfen Wir laufen und hüpfen mit eilenden Füßen Wir plätschern und tanzen Wir netzen und grüßen das durstige Erdreich Wir kommen zum Segen Wir sind der warme, fruchtbringende Regen Ich schlage vor, wir kommen morgen wieder hier zusammen Sagte Lach gern Und packte seine sieben Sachen zusammen Ja, ihr ruht und schläft sich's gut Stimmte es gern zu Und wenn man hier noch etwas Gutes zu essen bekäme Das kann ich dir nicht versprechen Lachte Träum gern Aber wenn wir uns hier wieder treffen Und wenn es euch recht ist Dann erzähle ich euch eine Geschichte Die Springbrunnenfee hat sie mir im Traum geschickt Bravo, bravo Riefen Eskern und Lach gern wie aus einem Munde Ist die Geschichte schön? Und wie soll sie denn heißen? Ich glaube, sie wird euch gefallen Entgegnete Träum gern Kommt nur morgen bald zu unserem Pilze Meine Geschichte heißt Vom lustigen Wässerlein Der gebesserte Schuster Von Josef Wenzig Es war einmal ein Schuster Und der arbeitete gewöhnlich am Samstag bis über die Mitternacht Ja, bis früh, wenn schon die Leute aus der Heiligen Messe nach Hause gingen Am Montag feierte er natürlich den Blauen Montag Wie alle unordentlichen Handwerker Und am Dienstag saß er noch in der Schenke Spätabends an einem Samstag Kam ein Rauchfangkehrer zu ihm in die Stube Und bat ihn um ein Nachtlager Der Schuster schien ihn nicht zu hören und arbeitete fest fort Ich bitte euch, Meister Sagte der Rauchfangkehrer Lasst mich bei euch übernachten Es ist schon zu spät, als dass ich noch nach Hause käme Kann nicht sein, hab eine kleine Stube Erwiderte der Schuster Ich werd euch nicht viel Platz wegnehmen Meinte der Rauchfangkehrer Kann nicht sein Wiederholte der Schuster Der Rauchfangkehrer ging Aber nicht aus dem Hause Sondern in die Küche Und kroch von dort in den Ofen, wo er glücklich einschlief Der Schuster arbeitete bis in den Tag hinein Sein Weib stand auf und sagte Peter, Peter, dass du den lieben Herrgott nicht fürchtest Die Leute gehen schon haufenweise in die Kirche Und du arbeitest noch immer wie an einem Werktag Halt das Maul, du Sonntagsweisheit Versetzte der Schuster unwillig Hab viel Arbeit und darum muss ich arbeiten Sein Weib ging zur Messe Als sie nach Hause kam, schusterte Peter noch Sie blieb zwischen der Türe stehen und rief Um des Himmels willen, Peter, lass es doch einmal sein Der Schuster wetterte und nähte fest fort Sein Weib ging, um Feuer in den Ofen zu legen Als sie in die Stube zurückkam, sah sie, dass ihr Mann noch arbeite Da geriet sie in Zorn und rief Du schusterst noch? O du gottlose Haut! Dich wird gewiss einmal der Teufel holen, weil du nicht folgen willst In dem Augenblick schlug der erwachte Rauchfangkehrer, den das Feuer zu brennen anfing, den Ofen durch und sprang in die Stube Der Schuster meinte es komme der Teufel, schlug das Fenster durch und sprang auf die Gasse Der Rauchfangkehrer durch das Fenster ihm nach Und das Weib, in der Meinung der Teufel hole ihren Mann, hinter dem Rauchfangkehrer, in dem sie aus vollem Halse schrie Teufel, ich bitte dich! Nimm mir meinen Mann nicht! Mann, lauf und bekreuzige dich! So rannten alle drei bis auf den offenen Platz, wo die Leute sie verwundert betrachteten Dort erst machten sie Halt Es kam zur Erkennung und der Schuster kehrte beschämt zurück Von dem Tage an ging der Schuster in sich Schusterte nicht am Sonntag, feierte auch keine blauen Montage mehr Und befand sich wohl dabei Vom kleinen Teufelchen und vom Muff, der Kinder kriegte Von Manfred Küber Ich will euch eine Nacht aus dem Leben eines Dichters erzählen Das Leben eines Dichters ist anders als das Leben der anderen Menschen Es sind andere Tage und andere Nächte Und meist sind sie traurig Es sind auch schöne Tage und schöne Nächte darunter Tage voll Sonne und Nächte voll Rosen Aber davon will ich heute nicht erzählen Denn das sind keine Märchen für Kinder Und heute seid ihr alle Kinder im Märchenland, die ihr dieses Hörbuch hört Ich will euch heute von einer Nacht erzählen, wie sie ein Dichter oft erleben kann Die ist weder besonders schön, noch besonders traurig Sie ist nur sehr vergnügt und ganz, ganz anders, als die anderen Menschen sich das denken Ihr müsst aber alles glauben, was ich euch sage Denn was ich euch erzähle, ist ein richtiges Märchen Und alle Märchen sind wahr und wirklich Man kann sich das gar nicht ausdenken Nur der Teekessel in meinem Zimmer denkt, dass es keine Märchen gibt Und dass ich mir das alles ausdenke Und so wie der Teekessel denken sehr viele Menschen Seid also nicht so wie der Teekessel Wenigstens heute nicht Damit ihr nun wisst, wie ihr nicht sein sollt Will ich euch sagen, wie mein Teekessel ist Er ist dick und groß und von glänzendem Kupfer Er hat eine große Schnauze und es ist gar nichts in ihm drin Denn er wird schon lange nicht mehr benutzt Er tut nichts und auf seinem kupfernen Leibe Setzt sich ein feiner grüner Ton an Den die gelehrten Patiner nennen Und der sehr vornehm ist Er hat auch eine schöne Linie Und zwar gerade bei der Schnauze Bloß Feuer hat er nicht mehr in sich Findet ihr nicht auch, dass viele Leute so sind wie mein Teekessel? Also die Sache ging so an, dass ich in meinem Bett lag Und an gar nichts dachte Ich wollte gerne schlafen Aber der Mond schien zum Fenster herein Besah sich in meinem Spiegel Und behauptete, ich habe jetzt kein Recht zu schlafen Ich solle lieber aufpassen Das tat ich denn auch Und das erste, was ich sah War ein kleines Teufelchen Das auf meinem Bettrand saß Und Tonübungen machte Es war ein sehr niedliches kleines Teufelchen Sozusagen ein Teufelchen in den besten Jahren So groß als ein Zeigefinger Und es hatte einen sehr langen Schwanz Alles ganz schwarz natürlich Nur ein Ohr war rot Es hatte überhaupt nur ein Ohr Und das war dafür auch rot Recht hatte es Warum soll man zwei Ohren haben? Das ist ganz überflüssig Und außerdem ist es Geschmackssache Ich komme gerade aus der Hölle Sagte das Teufelchen und turnte Das ist mir gleichgültig Sagte ich Ich habe schon viele schöne Hexen gekannt Da stört mich ein kleines Teufelchen gar nicht Auch wenn es eben aus der Hölle kommt und turnt Das Teufelchen machte Kopfsprung Und schlug den Schwanz graziös um die Beine Ich habe auch eine Tante, die Hexen kann Sagte es Meine Tante nimmt nichts dafür Sie tut es aus lauter Liebe zur Sache Die Hexen, die ich kannte, waren nicht meine Tanten Sagte ich Aber das ist ja einerlei Das Teufelchen erwärmte sich bei der Unterhaltung Wenn man überhaupt sagen kann, dass sich jemand erwärmt, der aus der Hölle kommt Wo es ja an sich schon sehr warm ist Ich habe auch einen Onkel Sagte das Teufelchen eifrig Mein Onkel röstet die sündigen Seelen Er röstet sie so lange, bis sie ganz knusprig sind Pffui Sagte ich Sie haben ja eine scheußliche Verwandtschaft Im Übrigen will ich Ihnen etwas sagen Halten Sie Ihren Schwanz ruhiger, wenn Sie turnen Sonst werden Sie sich den Schwanz noch einmal klemmen Sie sehen, ich gebe Ihnen noch gute Ratschläge Obwohl Ihr Herr Onkel andere Leute röstet, bis sie knusprig sind Das kleine Teufelchen zog den Schwanz ein und schämte sich Ich habe auch sehr nette Verwandte Sagte es Meine Schwester Die schleicht sich unter die Liebespaare der Menschen und setzt Ihnen Dummheiten in den Kopf Dann kommen Sie nachher in die Hölle Das Teufelchen rieb sich die Hände vor Vergnügen Seien Sie nicht so albern Sagte ich Wenn zwei sich lieben, dann kommen Sie nicht in die Hölle, sondern in den Himmel Und die Dummheiten haben Sie auch so schon im Kopf Die braucht Ihnen kein Teufelchen mehr in den Kopf zu setzen Das weiß ich nun einmal besser als Sie Wenn man anfängt von der Liebe zu sprechen, so ist das eine sonderbare Sache Es ist, als ob es heimlich Mitternacht schlägt in allen Seelen Die Dinge sind keine Dinge mehr Es fängt alles an zu leben und es geht wie ein innerliches Weinen Und wie ein innerliches Jubeln durch alles, was es gibt Bloß durch die Teekessel nicht Die anderen Gegenstände aber wurden sehr lebendig Ganz zuerst natürlich das Äffchen und die kleine Kolumbine Die auf meinem Tisch standen und beide aus Porzellan waren Denn sie liebten sich schon lange Und es ist kein Wunder, dass sie gleich lebendig wurden Wie das geschwänzte Teufelchen und ich anfingen von der Liebe zu sprechen Warum das Äffchen und die Kolumbine auf meinem Tisch standen, werde ich euch nicht sagen Denn das ist mein Geheimnis und das geht niemanden etwas an Mein Äffchen, sagte die Kolumbine und küsste das Äffchen auf den Mund Es war sehr rührend Der strenge, bronzene Buddha nebenbei lächelte Es war ein verstehendes und verzeihendes Lächeln Er dachte an die schlanken Glieder der braunen Mädchen in Indien Und an die Blumen in ihrem Haar Er dachte auch an ein anderes Mädchen, das auch Mein Äffchen sagte zu dem, den es lieb hatte Obwohl das gar kein richtiger Affe war Aber der bronzene Buddha verstand das alles sehr gut Nur der Teekessel verstand das nicht, denn er hatte kein Feuer im Leibe Sondern bloß eine Schnauze und die vornehme Patina Es geschah aber noch viel mehr, was der Teekessel nicht verstand Denn wenn man von der Liebe spricht, dann geschehen die sonderbarsten Dinge Aus einer großen kristallenen Schale, die hinter dem Buddha stand, kamen lauter kleine kristallene Geisterchen hervor Das waren die Kristallgeisterchen, die immer aufgeweckt werden, wenn man von der Liebe spricht Die kleinen Geisterchen fingen an zu tanzen und es wurden immer mehr und mehr Immer wieder kamen welche aus der tiefen kristallenen Schale hervor und erfüllten das ganze Zimmer Es gab einen leise singenden Ton, wenn sich die Kristallgeisterchen berührten, wie von feinen gläsernen Glocken Der bronzene Buddha lächelte Die kleine Kolumbine sagte Mein Äffchen Und die Blumen in den Vasen neigten ihre Kelche im Mondlicht Die Kommode sperrte vor Staunen ihren Schubladenmund ganz weit auf Und das kleine Teufelchen setzte sich auf den Mund der Kommode, um besser sehen zu können Das war doch interessanter als der Onkel in der Hölle, der die sündigen Seelen knusprig röstete Oder als die Tante die Hexen konnte Es war schon sehr schön Und es war schön, dass ein Muff, den ein kleines Mädchen in meinem Zimmer vergessen hatte, bis ins letzte Haar davon gerührt wurde Warum das kleine Mädchen den Muff bei mir vergessen hatte, weiß ich selbst nicht zu sagen Ein Muff ist ein so sehr nützlicher und auch sehr, sehr vielseitiger Gegenstand Das hatten das kleine Mädchen und ich schon oft erfahren Wie gefällig hat er uns zum Beispiel die Hände gewärmt Und zwar unser beide Hände zusammen Aber wir hatten wohl sehr viel Wichtiges miteinander zu besprechen Und bei wichtigen mündlichen Verhandlungen kann man sich so sehr vertiefen, dass man sogar einen Muff vergisst Wie der Muff nun alle die vielen Kristallgeisterchen sah und bis ins letzte Haar gerührt wurde Er neigte sich so schon zur Rührung, weil er so viel erlebt hatte Da kam er auf mein Bett gekrochen, seufzte tief und kriegte Kinder Lauter kleine, süße, weiche Muff-Kinderchen Und ihr alle seid Teekessel, wenn ihr das nicht glaubt Der Teekessel glaubte das auch nicht und sah es auch nicht Denn er machte die große Schnauze auf und begann zu reden Lauter langweiliges Zeug von seiner vornehmen Patina Von seiner schönen Linie und dem kupfernen Leibe, in dem kein Feuer mehr war Das war sehr schade Denn wenn ein Teekessel mit seiner großen Schnauze zu reden anfängt Dann verkriechen sich alle die Kristallgeisterchen der Liebe und alle Märchen gehen schlafen Die Kristallgeisterchen gingen in die kristallene Schale zurück, aus der sie gekommen waren Der Buddha sah ernst und verdrießlich aus und nur die Kolumbine seufzte noch einmal Mein Äffchen Dann stand sie steif und still da Und niemand sah mehr, wie viel Liebe und Leben sie eigentlich im Leibe hatte Die Kommode machte den Schubladenmund so schnell und ärgerlich zu, dass sie dem Teufelchen den Schwanz ein bisschen einklemmte Der Muff steckte besorgt und behutsam alle die süßen, kleinen, weichen Muff-Kinderchen wieder in sich hinein Denn für einen Teekessel hatte er diese Kinder nicht zur Welt gebracht Ich selbst aber schlief ein Denn ich weiß es aus Erfahrung, dass es unsagbar langweilig ist, wenn ein Teekessel mit seiner großen Schnauze zu reden anfängt Am anderen Morgen war alles so wie immer Nur das kleine Teufelchen saß auf dem Rande meines Wasserglases und kühlte sich den geklemmten Schwanz Da nahm ich es und steckte es ganz ins Wasser hinein Vielleicht wäre es gut, wenn man alle die kleinen Teufelchen in kaltes Wasser steckte und sie abkühlte Dann würde die Welt am Ende ein bisschen besser werden Wir wollen es aber lieber nicht tun Denn die großen Teufel würden wir dadurch doch nicht los Und ohne die kleinen Teufel würde die Welt wohl ein ganz klein wenig besser werden Aber dafür auch sehr, sehr viel langweiliger Und die Leute würden am Ende alle Teekessel Nein, ich will das Teufelchen wieder aus dem Wasser nehmen und es dem kleinen Mädchen in den Muff setzen Freilich wird das Teufelchen dem kleinen Mädchen dann sagen, dass es in die Hölle kommt, wenn es mich lieb hat Aber das tut nichts Das kleine Mädchen weiß es besser Und es weiß, dass man durch die Liebe nicht in die Hölle kommt, sondern in den Himmel Und der Muff wird das ganz gewiss bestätigen Denn er ist oft mit uns zusammen gewesen Und er wird dem kleinen Mädchen erzählen, dass er Kinder gekriegt hat Lauter kleine, süße, weiche Muff-Kinderchen Und es schadet gar nichts, wenn er ihm das erzählt Die Königstochter in der Flammenburg Von Josef Haltrich Es war einmal ein armer Mann Der hatte so viele Kinder, als Löcher sind in einem Sieb Und hatte alle Leute in seinem Dorfe schon zu Gevatter gehabt Als ihm nun wieder ein Söhnlein geboren wurde Setzte er sich an die Landstraße, um den ersten Besten zu Gevatter zu bitten Da kam ein alter Mann in einem grauen Mantel die Straße Den bat er Und dieser nahm den Antrag willig an Ging mit und half den Knaben taufen Der alte Mann aber schenkte dem Armen eine Kuh mit einem Kalb Das war an demselben Tage, an welchem der Knabe geboren Zur Welt gekommen Und hatte vorn an der Stirne einen goldenen Stern Und sollte dem Kleinen gehören Als der Knabe größer war, ging er mit seinem Rind Das war nun ein großer Stier geworden Jeden Tag auf die Weide Der Stier aber konnte sprechen Und wenn sie auf dem Berg angekommen waren Sagte er zum Knaben Bleibe du hier und schlafe Indes will ich mir schon meine Weide suchen So wie der Knabe schlief Rannte der Stier wie der Blitz fort Und kam auf die große Himmelswiese Und fraß hier goldene Sternblumen Als die Sonne unterging Eilte er zurück und weckte den Knaben Und dann gingen sie nach Hause Also geschah's jeden Tag Bis der Knabe zwanzig Jahre alt war Da sprach der Stier eines Tages zu ihm Jetzt sitze mir zwischen die Hörner Und ich trage dich zum König Dann verlange von ihm ein siebenellenlanges eisernes Schwert Und sage, du wollest seine Tochter erlösen Bald waren sie an der Königsburg Der Knabe stieg ab Und ging vor den König und sagte, warum er gekommen sei Der gab gern das verlangte Schwert dem Hirtenknaben Aber er hatte keine große Hoffnung, seine Tochter wiederzusehen Denn schon viele kühne Jünglinge hatten es vergeblich gewagt, sie zu befreien Es hatte sie nämlich ein zwölfhäuptiger Drache entführt Und dieser wohnte weit weg, wohin niemand gelangen konnte Denn erstens war auf dem Wege dahin ein hohes, unübersteigliches Gebirge Zweitens ein weites und stürmisches Meer Und drittens wohnte der Drache in einer Flammenburg Wenn es nun auch jemandem gelungen wäre, über das Gebirg und das Meer zu kommen So hätte er doch durch die mächtigen Flammen nicht hindurchdringen können Und wäre er glücklich durchgedrungen, so hätte ihn der Drache umgebracht Als der Knabe das Schwert hatte, setzte er sich dem Stier zwischen die Hörner Und im Nu waren sie vor dem großen Gebirgswall Da können wir wieder umkehren, sagte er zum Stier Denn er hielt es für unmöglich, hinüberzukommen Der Stier aber sprach Warte nur einen Augenblick Und setzte den Knaben zu Boden Kaum war das geschehen, so nahm er einen Anlauf Und schob mit seinen gewaltigen Hörnern das ganze Gebirge auf die Seite Also, dass sie weiterziehen konnten Nun setzte der Stier den Knaben sich wieder zwischen die Hörner Und bald waren sie am Meere angelangt Jetzt können wir umkehren, sprach der Knabe Denn da kann niemand hinüber Warte nur einen Augenblick, sprach der Stier Und halte dich an meinen Hörnern Da neigte er den Kopf zum Wasser Und soff und soff das ganze Meer auf Bald so, dass sie trockenen Fußes auf einer Wiese weiterzogen Nun waren sie bald an der Flammenburg Aber da kam ihnen schon von Weitem solche Glut entgegen Dass der Knabe es nicht mehr aushalten konnte Halte ein, rief er dem Stiere zu Nicht weiter, sonst müssen wir verbrennen Der Stier aber lief ganz nah Und goss auf einmal das Meer, das er getrunken hatte, in die Flammen Also, dass sie gleich verlöschten Und einen mächtigen Qualm erregten Von dem der ganze Himmel mit Wolken bedeckt wurde Aber nun stürzte aus dem fürchterlichen Dampfer Der zwölfhäuptige Drache voll Wut hervor Nun ist es an dir, sprach der Stier zum Knaben Siehe zu, dass du auf einmal dem Ungeheuer alle Häupte abschlägst Der nahm alle seine Kraft zusammen Fasste in beide Hände das gewaltige Schwert Und versetzte dem Ungeheuer einen so geschwindenden Schlag Dass alle Häupter herunterflogen Aber nun schlug und ringelte sich das Tier auf der Erde Dass sie erzitterte Der Stier aber nahm den Drachenrumpf auf seine Hörner Und schleuderte ihn nach den Wolken Also, dass keine Spur mehr von ihm zu sehen war Dann sprach er zum Knaben Mein Dienst ist nun zu Ende Gehe jetzt ins Schloss Da findest du die Königstochter Und führe sie heim zu ihrem Vater Damit rannte er fort auf die Himmelswiese Und der Knabe sah ihn nicht wieder Der Junge aber fand die Königstochter drinnen Und sie freute sich sehr, dass sie von dem garstigen Drachen erlöst war Sie fuhren nun zu ihrem Vater Hielten Hochzeit Und es war große Freude Im Ganzen Königreicher Puck-Kreinfurt Von Hermann Lönz Ganz hinten in der Heide Wo sich Fuchs und Has im Mondschein begegnen Liegt ein ganz barbarischer Heidberg Oben auf seinem Kopf steht eine großmächtige Fuhre Die größte weit und breit Man kann sie weit sehen Und die Bauern richten sich nach ihr Wenn sie über die Heide fahren In ihrer Krone horstet der Rauk Der große Rabe In ihrem Stammloch berütet der Schwarzspecht Unter ihren Wurzeln Hat die giftige Schnake ihr Schlupfloch Und da wohnt auch Puck-Kreinfurt Puck-Kreinfurt ist ein einschichtiger Schwarzelb Er ist einen Fuß hoch Hat ein grünes und ein rotes Auge Gelbe Mäusezähne Einen langen, flechtenfarbenen Bart Eine Nase wie eine Hagebutte Finger wie ein Karteiker Und Füße wie eine Kräher Er trägt einen knallroten, etwas verschossenen Mantel Mit hoher spitzer Kapuze Der ihm bis auf die Vogelfüßchen reicht Die Füßchen aber sieht man nicht Denn er schämt sich sehr darüber Und trägt im Winter lange Stiefel Und im Sommer Schuhe und Gamaschen Im Sommer hatte er es gut Da sitzt er auf der mittleren Fuhrenwurzel Die er schon ganz blank gescheuert hat Spielt auf einer Flöte Die er aus einem weißen Hasenknochen gemacht hat Ganz merkwürdige Weisen Oder er schmökt aus einem Krähenschädel In dem ein Reethalm steckt Getrocknete Postblätter Wenn er Besuch von anderen einschichtigen Elben bekommt Zum Beispiel von Niespock Vom Steingräber Oder von Peter Wipp aus dem Dübelsmoor Dann lässt er etwas draufgehen Dann müssen die Grillen fiedeln Die Glühwürmer Illuminieren die Wurzelstube Die Heidlerchen tragen Lieder vor Die Poggen bilden den Chor Und Puck Kreinfoth und seine Gäste Dudeln sich im süßen Bigbeermost Und herben Moorbeersekt Ganz gehörig einen an Im Winter aber wohnt Puck Nicht unter der hohen Fuhre am hellen Berge Er ist alt und etwas frosterig Und dann ist es ihm auch zu langweilig da Er zieht dann zu einem Bauern Hat er es da gut Dann kann der Mann sich freuen Dann bäuwerkt im Sommer darauf Der Buchweizen nur so Der Roggen trägt doppelt Die Immensstöcke laufen über Keine Kuh verkalbt Und kein Schwein kriegt das wilde Feuer Sind die Leute zu ihm aber nicht gut Dann geht es ihnen Lege Dann dreht er den Hühnern und Gänsen den Kragen um Ängstigt das Vieh im Stall Bis es sich kaputt schlägt Bläst die Pferde an Dass sie die Brustseuche kriegen Lässt die Bruten im Immensstock faulen Peitscht nachts den Buchweizen bis er braun wird Knickt die Bodenleitern ein Streut der Katze glühende Kohlen in das Fell Dass sie vor Angst in das Heu läuft Und macht sonstigen Unfug Nun ist es Wintertag Auf der Heide liegt der Schnee Die Machangelbüsche sehen wie lauter Schneemänner aus Und die Fuhren haben weiße Hemden an Die hohe Fuhre auf dem hellen Berg Sieht aus wie ein großer weißer Schirm Es ist Mittagszeit Aber es ist schneidend kalt Der Wind steht von Nordost Auf der weißen Heide ist ein dunkler Fleck sichtbar Das ist der Fuchs Der will zum Dorfe Vielleicht, dass es ihm glückt Einen alten Knochen oder einen Heringszopf zu erwischen Er schnüffelt auf dem Schnee herum Da, wo er die Geläufe einer Krähe sieht Aber da fährt er zurück Sein Rückenhaar sträubt sich Und mit eingeklemmter Rute Schnürt er zum Häuze zurück Es war nämlich Puck Kreinfurts Spur In der Reinicke herumgeschnüffelt hatte Und die hat eine Witterung Die kein Tier verträgt Das ist noch schlimmer als Franzosenöl Ja, Puck Kreinfurt ist heute vom Dorfe gekommen Und Fuchsteufels Wild war der Kleiner So wild, dass er ganz vergessen hatte Seine Stiefel anzuziehen Die er in die Haferlade gelegt hatte In der er nachts schlief Es war einmal wieder zu schlimm gewesen Auf Thormanns Hof Der Bauer hatte in einem Fort gelärmt und geknurrt Und die Guste hatte vor sich hin geweint Das ging nun schon wochenlang so Und wenn Puck die Guste nicht so gern hätte leiden mögen Dann wäre er schon woanders hingezogen Die Guste hatte einen Liebsten Einen jungen, frischen Kerl Und der Alte wollte, sie sollte einen Witwer heiraten Der einen ebenso großen Hof hatte wie Thormann Und deswegen gab es nun Tag für Tag Ärger im Haus Puck Kreinfurt saß brummig auf der hohen Fuhre Rauchte seinen Post aus dem alten, schönen, angebräunten Krähenschädel Und überlegte, was sich machen ließe Mit Gewaltmaßregeln Das sah er ein War hier nichts zu machen Der Alte war hart wie ein Eichener Klotz Puck hatte ihm neulich ein Bein gestellt Und der Alte war mit dem Kopf an den Dössel geschlagen Das es nur so brummte Aber als er wieder zu sich kam Hatte er nur noch mehr spektakelt Der Kleine seufzte Dann fasste er in die Tasche seiner Kutte Holte eine Flöte heraus Aus dem Reißzahn eines Dachses gemacht Und pfiff zweimal darauf Dann setzte er sich wieder hin und wartete Nach einigen Minuten tauchte links ein hellblauer Punkt auf Und rechts ein gelber Die kamen näher Und es waren Nies Puck und Peter Wipp Ernst und gemessen näherten sie sich ihrem Freunde Verbeugten sich, reichten ihm die Frosch- und Maulwurfshände Sprachen erst vom Wetter, von dem hohen Schnee Von ihren Winterquartieren bei den Bauern Und fragten schließlich Puck, weshalb er sie gerufen habe Da erzählte er ihnen die Geschichte von Guste Thormann Und Hinrich Grönebusch Und fragte sie, was er machen solle Ganz ausführlich legte er ihnen alles dar Und schloss seine Rede Lewe Frönne, hör to, ich ruppe Wo krieg ich de beiden Menschen to huppe? Peter Wipp legte erst das Maulwurfshändchen An die spitze schnüffelnde Nase und überlegte Dann senkte er die gelbe Kapuze und sah auf seine Entenfüße Endlich sprachet Min leiwe Freund, Puck Kreinfoth Hör to, wat ik seck Min rat ist gut Breck im den Kragen Smit im Uppenschragen Ist du olle Wege? Kommt alles in ne Rege Nespok nickte, dass seine blaue Kapuze hin und her wippte Schlug sich mit den Froschhänden auf die Knie und rief Peter Wipp, sen snack ist gut Ist du olle erst kalt und dot Ist du olle Wege? Kommt alles in ne Rege Puck Kreinfoth aber schüttelte seine rote Kapuze und erwiderte Der Sneij ist witt und blot ist rot Und witt und rot dat lett nicht gut Da saßen sie wieder lange Zeit und überlegten Und schließlich kam ihnen ein Gedanke Sie standen auf Zogen ihre Kappen herunter Und der Platz unter der Fuhre war leer Auf Tormanns Hof ging der Bauer in der Dönze auf und ab Und sah ab und zu grimmig nach seiner Tochter Die mit rot verschwollenen Augen Kartoffeln schälte Ihm war recht ungemütlich zu Sinne Brummig ging er an das Börd Langte seine Pfeife herab und ging nach dem Fenster Wo der Tabakskasten stand Als er danach griff, hörte er leise etwas kichern Und der Tabakskasten fiel vom Fensterbrett Und gerade in den Eimer, in den die Guste die Kartoffeln tat Döbe! rief der Bauer Nun modd ich noch in Kraug, dat is alles weder der olle Puck gewesen Er setzte die Mütze auf, nahm seinen Stock und ging ab Als er über den Hof ging, hörte er es über sich lachen Da saß Niespock, sein Hauspuck, in der Giebelluke Schlenkerte mit den rotstrümpfigen Beinen und rief vergnügt Ich nies in den Beinen, da nies andere Beinen Zu derselben Zeit saß Hinrich Grönebusch zu Hause und stützte den Kopf in die Hand Seine alte Mutter sah ihn mehrmals von der Seite an, sagte aber nichts Der Tranküsel schwelte Da stand Mutter Grönebusch auf und langte nach dem Ölkrug Als sie ihn eben in der Hand hatte, fühlte sie einen kurzen, kalten Schlag auf der Hand und ließ den Krug fallen Wat heb ik mi verjagt? rief die Frau Hinrich, du schaast ma am bedden nahen Krauge gahn, dat du ob andere Gedanken kommst De Kräuger kann mir dörrsinnne Lütje Uckenput-Ulje schicken Hinrich zog die Jacke an, setzte die Mütze auf und ging auf den Hof Er wollte die Lütje-Magd nach dem Kruge schicken Er selbst hatte keine Lust Aber als das Mädchen eben fort war, hörte er sie kreischen Und sie kam, weiß wie ein Laken herein und sagte, sie ginge nicht Peter Wipp sei ihr als feuriges Rad über den Weg gelaufen und habe gerufen Garste märken, den Hals schaaste breken Da ging Hinrich Grönebusch selber Und in der Giebe-Luke saß Peter Wipp Bummelte mit seinen grünstrümpfigen Beinen und rief Hi Peters ene been, da Peters andere been Im Kruge ging es hoch her Tormann war da Hausteufel, Wirtschaftsengel konnte man von ihm sagen Hatte er zu Hause Ärger gehabt, dann gab er einen aus Bei ihm saß der Schneider Und trank schon den achten Kümmel Süd, oh Mann, da kommt den Schwiegersohn Lachte der Schneider Schwiegersohn? Ich fleit je ob so'n Schwiegersohn Er nicht begrote Fuhre vom hellen Berge ob min Hofe steit Kümmte nicht als Schwiegersohn rubb Grönebusch hatte eine heftige Erwiderung auf der Zunge Aber da hielt ihm etwas Kaltes den Mund zu Und eine Stimme, die genauso wie seine eigene klang Und von der man nicht wusste, ob sie von dem Boden oder aus dem Keller kam, rief Schall dat'n Wortsinn? Wisse, rief der Bauer Wenn winnachtende grote Fuhre up min Hofe wasen deit Schallgrönebusch usse Guste hebben Und dabei streckte er die Hand hin Dem jungen Bauern passte der Scherz nicht Aber eine unsichtbare Gewalt riss seine Hand nach vorne und drückte sie in die harte Hand des Alten Der Schneider schlug durch und rief Dalurop Bekam aber in demselben Augenblick einen so furchtbaren Nasenstüber von unsichtbarer Hand, dass er ganz nüchtern wurde und schleunigst abschob Hinter ihm her aber rief aus dem Giebelloch eine dünne Stimme Snida Supos, wut, du wollte Hus Am hellen Berge war die Nacht ein seltsames Leben Das Rotwild, das aus der Forst auf die Feldmark austreten wollte, verhoffte und sicherte Denn ein seltsames Klingen kam durch die Luft Und von allen Ecken kamen heran die Pucks aus Moor und Heide Gest und Bruch In gelben, weißen, blauen, roten, grauen, grünen, schwarzen Kutten Und ihre Enten und Krähen und Gänsefüße traten sonderbare Spuren in den Schnee Unter der großen Fuhre aber stand Puck Kreinfurt und rief Ich muss trecken, helpet me! Wenn you treckt, bin ich uck de bi! Da fassten sie alle zu, der Schnee knirschte Die Eiszapfen rasselten von den Zweigen zu Boden Und dann hörte man es rauschen und schleifen Und eine große Schneewolke zog vom hellen Berg nach Thormannshof Auf dem Hofe aber verkroch sich winselnd mit eingezogener Rute Der Hund in seiner Hütte Denn es war da ein Gewimmel und ein Rennen kleiner Leute Dass es ihm unheimlich war Als morgens der alte Futterknecht über den Hof ging, um Wasser aus dem Soh zu pumpen Lief er gegen etwas an Er sah an dem Baum in die Höhe, rieb sich die Augen, brummte und weckte dann den Bauern Der stieg trotz seines schweren Kopfes eiliger als sonst in die Hosen Zog die Jacke über und ging auf den Hof Als er den Baum sah, der der Schwarz in der grauen Dämmerung stand, Fröstelte ihn und er sah ängstlich nach der Giebelluke Da saß Puck Kreinfurt, bummelte mit den lang bestiefelten Beinen und rief mit seiner dünnen Junghahnstimme Verwett ist verwett, steht mein Bumm da nicht net? Burr, dat ist Kindrom, dat ist Auguste eher Weihnachtsbohm Das ist lange her Aber heute noch ist Tormannshof in der ganzen Heide der einzige, dessen Hofbusch aus Fuhren besteht Auf allen anderen stehen Eichen Und die Hausmarke der Grönbuschs, genannt Tormanns, ist der Kränfuß im Dreieck Das Dreieck aber soll die Tarnkappe Kreinfurt sein Danke fürs Zuhören Wenn dir die Märchen gefallen haben und du noch nicht schläfst, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen Und falls du noch nicht schlafen kannst, findest du hier noch ein langes Hörbuch Bis bald!